Hallo Pyro 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 Hallo Mariko Hast du dich langsam erholt von deinem Ho-Oh-Schock eigentlich? Hast du die erste Rode die ich checken kann? Hier nach links? Hallo Happens! Hallo Angel! Voll der Tango hier. Flamingo? Da muss ich lernen. Hallo Zinkdino! Habe ich und bin fleißig an Lugia mit nur 400 Sichtungen? Sichtigungen? Sichtigungen sagst du dazu? Oder hier ist es doch, oder? Da oben. Hier. Hallo Carmine. Aber es ist nicht traurig, dass du dich schon davon erholt hast. Solltest du nicht immer noch ekstasisch sein? Nein! Nein! Ich habe gerade gedacht, es hat wohl lange gedauert. Das ist ein Tamping-Yong. Okay, ein wunderschöner Pokerball. Pokerball. Ente wurde gerade announced. Aber das war ja logisch, dass es kommt, oder? Ich dachte, es kommt viel schneller. Glaubst du, danach kommt es zu Ikun? Hallo Isa. Welche Tipps hast du heute für uns? Dann gehe ich jetzt nach rechts in die... Dieses Ding da. Ja, es ist Hain. Der verlorene Hain. Der versteckte Hain. Der vermaledaite Hain. Hallo Meguminar. Hallo Draroth. Ich bin optimistisch, dass ich vielleicht meinen Shiny Lugier vor deinen Octs fange. Vor deinen Octs fange? Was sind denn meine Octs? Ohhhh, Mariko. Heute ist ein guter Tag. Denn du bist ein Shiny Kai-Oga. Komm, das musst du als Zeichen sehen. Komm schon, oder? Das ist ein Zeichen. Das willst du? Okay, ich tue es auf deinen Stapel. Den, äh, rosenen Herrscher der Meere. Oder ist das eigentlich Lugier? Sollte nicht Lugier? Ist nicht Lugier der Herrscher der Meere? Was ist dann Kai-Oga? Ich glaube, ich besiege die hier immer alle. Ich muss hier noch öfter lang. Hallo Filzmatte. Mal eine Frage zu den Emotes, weil ich noch nie mitbekommen habe, wie du drüber redest. Sind die selbst von dir gemacht oder nicht? Die Dittos? Nein, die hat eine wundervolle Künstlerin gemacht namens Kains Art. Wenn du auf die Emotes klickst, sollte das da, glaube ich, auch stehen. Ne, tut es gar nicht. Warte, ne, ist ja ein falsches. Steht es da nicht? Doch, Art ist Kains Art. Wenn du auf das Emote drüber hovers, steht da, von wem das gemacht ist. Warum kämpfe ich mit dir? Verdammt. Ich bin zwar ein Art Director, Mediendesigner, was auch immer, aber ich kann nicht zeichnen. Du hast es mir auf jeden Fall zugetraut? Nope. Nicht mal ansatzweise kann ich zeichnen. Wenn ich zeichne, sieht das aus, als würde ein Fünfjähriger zeichnen. Also ohne Schmarrn. Ja, Grafik mach ich selbst. Grafik ist auch was anderes, als zeichnen können. Warum hat mein Walzer nicht geklappt? Lugia ist Wächter des Meeres, aber nicht der Herrscher des Wassers? Immer wenn es irgendwas damit zu tun hat, dass ich etwas, dass etwas aus dem Nichts, also dass etwas, naja, gezeichnet ist, habe ich es hundertpro nicht gemacht selbst. Ey, dieses Zurückschrecken in diesem Spiel ist so eine absolute Frechheit. So wie dein PB, mein Profilbild, ganz genau, mein PB, meine 17 Minuten in Mario. Mario. Hallo Rico. Lugia ist somit Kai Oga untergeordnet? Wow. Es wäre ja nicht unwahrscheinlich, dass jemand Talent für beides hat. Klar, die meisten, was heißt die meisten? Alle, mit denen ich gearbeitet habe, konnten auch nicht wirklich zeichnen. Vielleicht ein bisschen besser als ich, aber auch nicht wirklich so, dass du jetzt sagst, wow, das ist Kunst. Hallo Star. Und Talent sowieso gibt es nicht. Es gibt kein Talent, alles ist Übung. Manche lernen nur schneller als andere. Filzmatte, du bist ein Grönk. Kommst du gut voran? In den letzten 6 Minuten bin ich nicht gut vorangekommen, nein. Ich habe noch nichts gemacht. Wir gehen gerade die ganzen versteckten Heine ab, um hoffentlich ein versteckte Fähigkeitenmon zu finden. Die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr gering. Das finde ich auch, mit dem Talent gibt es nicht. Es gibt kein Talent. Es gibt schon Leute, die Talent haben, aber ich würde sagen, das ist eher Leute, die gewisse Sachen schneller lernen können. Das ist halt dann Talent, weil sie schneller aufsaugen, weil sie schneller lernen. Aber trotzdem müssen sie es lernen und üben. Mozart hat auch sich die Finger wund gespielt als Kind. Fyro, du bist ein Barschwar. Azrael, hallo. Der Wächter kommt nun in den nächsten 200 Softressets und dann reiche ich mit 600 an deine ran. Die 18 mit Ho-Oh kann ich nur mit Icognito toppen. Achso, du misst dich mit mir? Hör doch auf. Du weißt, ich habe den Streamer-Bonus. Außerdem laut YouTube-Kommentaren habe ich eh gecheatet. Keine Angst. Du brauchst dich gar nicht mit meinem Ho-Oh messen, es ist eh gecheatet. Und wie Leute gesehen haben, habe ich ehm, es ist unmöglich ein Ho-Oh und Shiny zu kriegen so schnell. Hallo Sandwich-Katze. So, habe ich jetzt hier alle besiegt? Doch lang nicht, oder? Aber wir schauen zuerst in die Lichtung. 5% mal 20% Chance, dass ein Pokémon drin ist. Dann 50%, dass es das richtige Geschlecht hat. Das kann immer noch ein Tamping-Yong sein. Und es ist ein Trank. Wow, dass die so mickrige Items in versteckte Lichtungen hauen, ist ein bisschen unverschämt. Lass doch wenigstens ein Hyperball sein. Oder das ist doch wenigstens ein Top-Trank sein. Das ist ja ein bisschen unfair. Warte, dich habe ich besiegt. Ist hier niemand mehr? Da oben ist noch jemand. Und da drin ist bestimmt auch jemand. Und dich habe ich besiegt? Bin ich hierher gekommen? Oh, wie komme ich denn dann da hoch? Voll klein der Bereich hier. Ich glaube, ich muss irgendwo von anders dahin. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir wollten nur die Lichtung checken. Oder Kaskade. Ernsthaft? Kann ich mit Kaskade da hoch diesen winzigen Wasserfall? Wahrscheinlich. Hallo Akin. Hallo Pokepeed. Könntest du dir vorstellen, Lustrata für das Pokémon TCG zu machen? Ne, weil ich... Also, nö. Weil ich kann das ja nicht. Wie gesagt, ich bin kein Künstler. Ich kann keine... Ich kann keine Sachen zeichnen oder so. Du hast ja live dabei. Stimmt. Auch live kann man cheaten. Keine Angst. Wir könnten nichts trauen. Warte, dich da besiege ich noch. Wie stark sind hier die Trainer? Und dann machen wir uns... Also, Moment. Ich muss noch ein paar Lichtungen checken. Aber die am Anfang gehen nicht, ne? Für die eine brauche ich Surfer. 22 komme ich noch nicht hin. Wie viele Mons fehlen dir noch? Äh, weiß ich nicht. Mach Ausrufezeichen Origin Decks. Da siehst du es. Aber genau genommen bin ich fertig. Ich mach nur noch extra Sachen. Die cool sind. Kannst du Walzer machen? Hallo Rubin. Hallo Agiraya. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich die Orteneinall immer noch nach so langer Zeit erkenne. Ich kenn gar nichts. Was passiert, wenn ich hier weitergehe? Das ist ein Doppelkampf. Ich will keinen Doppelkampf. Ne, wir suchen nach Versteckten. Ähm, dann als nächstes gehen wir... Kann ich jetzt inzwischen... Moment, ich kann doch jetzt surfen, oder? Schau ich gleich mal. Ich hab immer noch keinen Surfer Mon. Hm. Okay, zuerst checken wir die Lichtung hier. Dein Origin Decks ist fertig. Nein. Was? Bambam. Bambam. Hier und dann bei der Züchterin. Die ich jetzt wieder besiegen könnte. Anne! Äh. Oh. Shiny Meryl. Was denn heute los? In letzter Zeit trefft ihr nie Shinys und jetzt kommen alle auf einmal. Hallo Philipp. Die Frage, wie weit bist du? Ich beantworte die nicht immer gerne, weil die dauert ewig zu erklären, wie weit ich bin. Schaut einfach zu, dann seht ihr wie weit ich bin. Ich bin auf jeden Fall nicht fertig, weil wenn ich fertig wäre, würde ich hier nicht dieses Spiel spielen. Und es dauert noch sehr sehr lange, bis ich fertig bin. Ich muss noch viele viele Spiele durchspielen. In Gen 5. Komm, die XP nehme mit. Hallo CK. Das geht nicht. Auf YouTube kannst du keine Commands machen. Auf YouTube kannst du nur zuschauen. Komm rüber auf Twitch. Wenn du tatsächlich Commands machen willst. Hallo JJ. Ich glaube Illustrationen für CCG zu machen, ist sehr sehr schwierig. Weil das sind Künstler, die in den Headquarters von... Von Monsters Inc. sitzen. Ich weiß nicht, wie viele YouTuber schon für TCG Designs gemacht haben. JJ, du bist ein Mimikyu. Warum bist du so hoch gelevelt? Warum hast du heute so komische Fragen? Wie soll ich weniger Level haben? Ich kann hier doch nichts dafür. Wieso bin ich so hoch gelevelt? Weil ich dieses Spiel spiele. Ich bin so weit gegangen. Was ist hier? Hallo Yamashida. Tamping Jung, Tamping Jung, Tamping Jung. Männliches Tamping Jung. Please. Oh. Es sind so dumme Items. Schutz. Was ist denn das für coole Knicks? Wow. Hallo Glacineila. Ähm. Wo kann ich noch checken? Ich glaube ich kann nichts mehr checken, oder? Wo kann ich noch schauen? Hier war Route 7. Oh doch, Route 7. Doch, Route 7. Genau. Route 7 war auch noch eine Stadt. Da wo ich... Da hab ich Matrifol. Ne. Matrifol hab ich... Da hab ich... Was hatte ich hier gefunden? Tamping Jung? Ne. Mal schauen. Ähm. Wo war das? Wo war das? Ganz oben, oder? Da. Hallo Ferret. Ah. Verstecktes Item. Ja. Mini-Pilz. Aber krass, dass ich immer die 5% kriege. Ich geh... Aber... 256 Schritte sind schon echt wenige. Könnte ich eigentlich jetzt hier einfach hoch und runter laufen, bis wieder ein... Was kommt? Ja. Es gibt keinen Schrittzähler in dem Spiel. Ich müsste testen, wie viele das sind. Müsste mitzählen, wie lange das dauert und dann einfach wieder reingehen. 256 ist nicht so viel. Alle 256 Schritte habe ich zu 5% in der Lichtung wieder etwas. Zu 20% ist es ein Pokémon. Das brauche ich. Ich brauche die 5 und dann 20%. Aber wenn man ein ganz normales Spiel spielt, hat man halt ständig die 256 Schritte voll. Und deswegen ist immer irgendwas da drin. Okay, jetzt sollte ich ein Pokémon fangen, das Surfer kann. Außer guck mal, da kann Surfer. Dann dauert ein Top-Schutz. Uh. Du bist ja ein... Du bist ja ein richtiger hier... Smarter Boy. Hallo Dave. Äh, weiß ich nicht. Ich glaube 200, oder? Steht das hier? 250. Man könnte einen Top-Schutz einfach nehmen und dann, wenn er ausläuft, wieder reingehen. Aber ich glaube, es ist einfacher, einfach im Kreis die ganze Zeit alles zu checken, weil auf dem Weg geht man bestimmt 256 Schritte. Vielleicht. Und dann checkt man einfach im Kreis die ganze Zeit. Warum kann, guck mal, da kein Surfer? Das ist doch lang... Stromlinienförmig. Wo krieg ich jetzt einen Wassermann her? Dich hatte ich schon. Nein? Ah, die kann man nur besiegen, wenn man drei Pokémon hat. Deswegen hatte ich nie gegen mich kämpfen wollen. Hallo, nix Nuts. Habe mir damals ein Basis-Item gewünscht. Permaschutz oder so? Zum Ein- und Ausschalten. Aber nein, Game Freak wollte immer nur Geld machen mit Top-Schutz. Wie dumm wär Permaschutz? Außerdem gibt es eine Fähigkeit und es gibt, ähm, Trage-Items, die die Pokémon selbstverständlich schützen. Also, warum willst du einen Permaschutz? Wie langweilig wär ein Permaschutz? Wieso hat Fasernob mein Walzer überlebt? Warum ist Flambyrix gleich tot? Viele Fragen. Warum hat sonst kein Pokémon Schaden genommen? Du hast das S wieder vergessen? Was für ein S? Fängst du die ganze Gen im Pokéball? Ich fang den kompletten Pokédex in Pokéball. Jedes einzelne Pokémon. 1431 Pokémon in Pokéball. Winschnitt. Aber ich werde eh nicht mit dir kämpfen. Na, trotzdem. Echt, das gab's? Äh, macht Bandsticker nicht wilde Pokémon weg? Ne, wie heißt das Item? Seit's Items gibt, gibt's das Item. Wie heißt das? Bandsticker? Ne, Bandsticker ist Geistattacken. But why? Ich weiß nicht, was machst du mit deiner Zeit? Ich mach das mit meiner Zeit. Warum killt mich dieses Team? Das sind keine krassen Pokémon. Ops, die Strahle ist halt einfach blöd. Oh, Winschnitt geht gegen komplette Spielfeld? Okay, okay. Ich kann halt nix machen. Hallo Phil. Ist schwach gegen Wasser und Flug? Ich weiß. Aber ich hab schon so viele Attacken gemacht. Und die Gegner haben noch keinen Schaden genommen. Irgendwie. Kann ich jetzt überhaupt nicht gewinnen? Weil das Pokémon ist zu weit weg. Ich komm da nicht hin. Ah, ich kann bewegen. Wow. Wow. Ich hab keine Attacke, die Schaden macht. Wow. Das bewegen eine Runde dann? Ach krass. Machen wir beim Arena Kampf eine Wette? Nein. War kein Angriff? Wollte dein Motiv verstehen? Ja. Ich mach grad eine Umschulung, falls es wirklich interessiert. Nein, aber ich verstehe die Frage nicht. Warum macht man etwas? Weil man Bock drauf hat. Das Ash Quajutsu überträgt man das auf Bank oder auf Sonne und Mond und dann auf Bank? Die Frage verstehe ich auch nicht. Du kannst es nur auf Bank übertragen. Achso, äh, du überträgst es von der Demo auf Sonne und Mond und von Sonne und Mond auf Bank. Weil die Demo hat kein Bank natürlich. Ja, ich dachte gerade, du denkst es ist ein X und Y, weil da Quajutsu vorkommt. Ne, ne, ne. Okay. Von der Demo musst du spielen, dann kriegst du es und dann spielst du Sonne und Mond und dann gibt es dann Menschen im Pokémon Center oder so, den du ansprechen kannst und der gibt dir dann das Quajutsu. Ich muss trotzdem immer noch da oben hin. Ne, da war ich. Ne, da war ich nicht. Doch, da war ich. Okay, dann will ich jetzt ein Pokémon, das Surfer kann. Wer kann Surfer? Alter Fluchtweg, wo finde ich was mit Surfer? Vielleicht spiele ich einfach weiter und ich finde irgendwas mit Surfer. Wie zum Beispiel hier. Hallo Piktulator. Ich würde gerne wissen, wie der eine gestern auf deinem Discord einen Scheinnehmer nach wie zufällig gefunden hat. Ich finde es geil, wie niemand darauf reagiert hat. Ähm. Ist zufällig, glaube ich, hat er nicht so gemeint, oder? Hättest er fragen können. Ich glaube schon. Hast du? Achso. Ich habe nicht mehr geguckt. Warte, ich gucke gerade. Ich kann nur langsam nicht mehr glauben, dass so viele Leute Manafi finden, weil es so viele sind. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon drei Leute kennen, die Manafi zufällig im Ei gefunden haben, unter 100 Eiern. Kann ja nicht sein. Ich meine, Glück kann ja existieren, aber nicht bei so vielen Menschen, oder? Ich sehe das nicht, wo du gefragt hast. Ich sehe das nicht, wo du gefragt hast. Ich würde mich zur nächsten Mal schauen, dass ich das jetzt nicht reinkriegt habe. Wie kann man durch Zufall ein Shiny Manafi? Die Maffanie. Achso, das ist nicht eine Antwort gekriegt. Ich hab jetzt durch Zufall ein Shiny Manafi ausgebrütet. ich glaube er hat durch zufall vielleicht hat er zufall gemeint im sinne von er hat sich gecheatet deswegen hat er zufall geschrieben er hat nicht zufall geschrieben keine ahnung wie viele monst hast du schon im pokéball? 924 ich würde ja immerhin den screen sehen wollen ob das steht per link tauscher halten was im endeffekt ist doch kackegal ich glaube sowieso nichts mehr es passiert zu oft dass gerade leute sagen hey ich habe man da viel gefunden es ist einfach zu und alle haben keinen beweis außer den screenshot aber der screenshot ist kein beweis video ist beweis zufall ist halt komisch das zu definieren vielleicht weil mannafi ist halt wirklich so ungefähr das einzige shiny das man nicht per zufall finden kann selbst video ist kein beweis jaja klar aber dann hat wenigstens jemand die arbeit sich gemacht wo man sagen kann okay du hast dir wenigstens die arbeit gemacht dann glaubt man schon eher als ein screenshot was hältst du von dreier rei um kämpfen ist quatsch deswegen ist es ja nur zwei mal im spiel drin ich fand es selber nicht so gut sonst hätten sie es ja öfter gemacht wie das heißt fehl du hast die demo auf einem ds der kein was alles doch super du brauchst du musst nur sonne und mond reinstecken da wo du die demo hast und dann hast du es und dann steckst du sonne und mond wieder in den ds wo du bank hast und dann kannst du es rüber tun müssen wir in die höhle ich habe schon wieder vergessen was die story hier gerade ist panzer ehron kann nicht surfen glaube ich kein surfer wer hat gehort was was ich hatte nicht gesehen das war ein patreon oder weil ich habe keinen das war keine donation also war es ein patreon ey wie schnell kriege ich jetzt eine e-mail warte jetzt weiß ich es dennis dennis da nochmal sehr gut ok gut dennis dankeschön für patreon oh mein gott bist du wenigstens hier vielleicht vielleicht auch nicht panzer ehron ja aber auch doch keiner sind hier du bist ein voltrell gibt es hier surfer mons gibt es hier überhaupt mons ob sich leute jetzt ein shiny ad cheaten ist mir eigentlich egal ich fand es interessant wie man zufällig das shiny finden kann ich selbst würde ja nicht einfach so mein mannafi abholen dann tauschen erst dann ausbuden oder dass ich weiß wie das shiny ad mit man da funktioniert ja eben wir hatten ja letztens hier ein vielleicht hast du den nie mitgekriegt der hat ewig der hat immer wieder gesagt er hat ein er hat first try ohne es zu probieren ein shiny mannafi bekommen da haben wir natürlich auch sofort gesagt es tut mir leid aber du lügst weil ohne es zu probieren kann man kein shiny mannafi bekommen aber er hat weiter darauf bestanden vielleicht ist es einfach die gleiche person die sich einen neuen account gemacht hat und jetzt im discord das schreibt aber ich glaube nicht ich glaube es sind zwei verschiedene personen jetzt fühle ich mich würdig ein mega mindling zu sein hoffe mein langzeitgedächtnis behält es pokémon sind so toll da siehst du mal was deine origin dex 1 video alles angerichtet hat heute wird schwarz gestartet okay okay megumina was ist das das ist einfach die schreibweise hast du nicht so gut gelernt amaya hallo glaubst du dass irgendein pokémon süchtig süchtling in der zukunft einen gen 6 und 7 dns der server erstellt nein glaube ich nicht denn dann gäbe es das schon längst ähm das ist schon wieder so ein dreierkampf jetzt hier das ist aber ein drehkampf der uwe uwe dankeschön für 45 monate uwe 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 hallo hallo nice chuck morris abitak shiny sehr gut sehr gut wir flammen werfen weiter aber sowas wie briduradon kann ich oder duraludon ja ja was ist das warte ich hatte es gerade gesehen ah doch ich sehe es ich glaube ich weiß was es ist seht ihr auch was es ist seht ihr würdig warte hyperzahn ich will hyperzahn lernen anstatt conf anstatt psycho plus oha ich sag auch krio spino ich glaube auch krio spino hey das ist ein krio spino das fand ich schwierig aber irgendwie hat man es gesehen das ist aber auch ein geiles komm gib mir irgendwas was zu erfahr kann ich glaub groen könnte eventuell surfen oder underground barbie du bist ein ähm goldbit ach komm wir flüchten ok aber was ist dann das wer ist das pokémon das ist schwierig eigentlich sieht es sehr markant aus es muss irgendwie dünne stellen haben weil die pixel durchsichtig sind ich dachte zuerst an voltriant aber das ist totaler quatsch äh ich dachte an die elektro ultra bestie weiß das ist nicht irgendwas vierbeiniges die grille äh mickrig echt du glaubst mickrig Braun Wommel hat diese zwei dinger die runter hängen ja hohohohohohohohohoho das ist Acryl mag Tja, manchmal ist es ein bisschen gemein, was die Pixel anstellen, ne? Haben wir doch alle gesehen. Wie kriegst du den DS in den Stream mit Capture Card im DS? Der mit der Zeit ein bisschen wackelig ist. Äh, gebe auf Google ein, M-E-R-K-I, Murky, M-E-R-K-I, da ist der Shop, der dir deinen DS mit einer Capture Card versieht, aber das ist sehr teuer. Wo ist der Walzer? Ja, ich habe Angst vor diesen Swaronesen ab jetzt. In der Grundschule, ein Vater zu einem anderen Kind, ja klar kenne ich Pokémons, die Ultraratte Pilutschu zum Beispiel, wir brauchen einen Pilutschu. Was ist der Typ von Pilutschu? Okay, muss ich hier überhaupt lang? Ich bin einfach irgendwo lang, das ist schon eher ein Labyrinth. Hey, fast guy. Oh, hier kann ich raus, sollen wir einfach schnell raus? Murky oder Murky? Ich finde nur letzteres, dann wird es wahrscheinlich richtig sein, wenn die Capture Cards anbieten, oder? Murky, M-E-R-K-I, Murky. Weiterentwicklung von Togedemaru. Pilutschu. Rauchball, sag mal, was hat denn Rauchball für eine Fähigkeit, sag mal? Weiß das jemand gerade zufällig? Hm, was macht der Rauchball? Megumina, was macht er, weißt du das noch? Ein Pokémon kann dieses Item tragen, es ermöglicht die garantierte Flucht aus dem Kampf. Okay, Moment, das war was anderes. Ich war mir gerade so sicher, dass Rauchball es macht. Okay. Gibt es doch kein Item, was wilde Pokémon verhindert? Zum Tragen? Ich dachte, das war Rauchball, aber Rauchball ermöglicht nur die Flucht. Uh, Pokémon Schwarz 2, der Herr hat Geschmack. Ich weiß nicht, ob es Geschmack ist, es ist eher, ich muss es spielen, aber ja, es ist... Ich finde, Gen 5 ist jetzt nicht die ultimative Gen, wie viele Leute sagen, aber es ist definitiv, ich würde sagen, die letzte... die letzte gute Gen, oder? Und es ist besser als Gen 1? Aber definitiv nicht besser als 2, 3 und 4? Ah, die Pokémon sind die besten. Sie hat die besten Pokémon, die Gen. Schutzband war es. Nee, Bandsticker ist das Geistverstärkung. Hallo, Verox. Hallo, Mauslo. Hallo, Mauslo. Hallo, Mauslo. Hallo, Mauslo. Moment, das war ein ganz normaler Kampf. Vielleicht muss ich mal einen Top-Schutz hier nehmen, aber ich will ja... Ich will irgendwas finden, was Surfer kann. Ich habe ja noch keine Angel, ich kann jetzt nicht einfach angeln gehen. Aber vielleicht gibt es irgendwo die Angel, die ich mir holen könnte. Jetzt heißt es Schutz-Sticker. Ah. Ich finde Sonne und Mond auch noch gut. XY und Schildschwert sind meiner Meinung nach Schrott. Kamsinkopo hat die beste Story mit Zone 0, finde ich. Ja, Zone 0 hat auch die beste Story. Aber du findest Sonne und Mond noch gut? Nee, da bin ich nicht bei dir. Da bin ich nicht bei dir. Das ist die schlechteste Gent von allen. Die sind schon Level 48. Ich bin bald auf dem Level... Also wenn die Top 4 genauso sind wie in Schwarz-Weiß, dann bin ich bald auf dem Level, dass ich die Top 4 besiegen kann. Aber ich muss wahrscheinlich um einiges über Level zählen. Ist Enteron Psycho? Ich denke immer, Enteron ist Psycho-Wasser, aber es ist, glaube ich, nur Wasser, gell? Ja, nur Wasser. Es könnte Wasser-Psycho sein. Es sollte eine Wasser-Psycho-Version von Enteron geben. Ich hoffe, wir sind stärker. Nein, Hilfe! Ähm... Nee. Werd ich geheilt von... Dingens? Was, so schwach? Oh-oh. hallo dance dankeschön für den raid hallo dance ich bin 16 level unter also ja als das trotzdem hkp so und wie viel sprechen wir ist nicht billig bezüglich capture cut denn geld auf die webseiten schauen jedes modell kostet anders fehlen musst du selber nachschauen gehen was was kostet aber wir reden von 200 300 euro ohne ds also du hast ein ds und lässt es einbauen lichtschild so weit ich weiß will murky auch die preise auch erhöhen soll er machen da steht nix wieder steht nix natürlich stehen da preise eine website auf der du sachen kaufen kannst natürlich stehen da preise kannst du surfer 250 bis 350 für uns glaube ich in welcher gen sind deiner meiner nach die schlechtesten designten neuen pokémon keine gen jede gen hat großartige pokémon wie fette sackgasse ne wirklich es gibt keine ahnung müssten wir jetzt eine fette tierlist machen aber jede gen hat hässliche coole süße hübsche geile gegenstände was auch immer pokémon es ist immer ein kunter bunter mix amaya du bist ein seedra king habe ich gehört ist ein sehr gutes pokémon und rarot du bist ein schlurp die zettel biegen sich wieder sehr wir sind am ende unserer unserer rolle vielleicht muss ich ja sogar surfer benutzen um hier durchzukommen kann es sein willst du ein wasser pokémon mit surfer haben nein ich will nur ein pokémon das surfer kann ich spiel mit dem starter durch warum kein bisbuck als surfer nutzen im team für nur ein pokémon finden das surfer kann mir ist es vollkommen egal was es ist schon war die nicht erst leer ja so vor zwei monaten war die leer einfach klarnamen geleakt dennis ja viele leute keine ahnung geben auf patreon ihren echten namen an ich weiß nicht warum deswegen schreibe ich aber auch immer nur den vornamen hin und nie weil auf patreon sich ja patrons die haben ihren vollen namen vor und nachnamen ich denke so warum hört auf was macht ihr da und ich könnte einfach copy paste machen dann einfach aber ich schreibe jedes mal nur den vornamen hin wenn ich die patreons aufliste ach du ordnen mit flambe rex wird spaßig ah du wir haben schon flug und was war das andere boden geschafft dann schaffen wir auch was auch immer acht ist passiert wenn man den google token verwendet ist das bei mir auch so neben dir steht der fast guy lucy du bist eine flambe flamping jong einfach mal 1000 pokémon nach der optik sortieren macht man mal so in fünf minuten ich mag sowas nicht wenn leute tier lists machen mein geschmack von pokémon ändert sich täglich warum soll ich den einmal fix festhalten ist da quatsch wenn du mal zeit und lust hast kannst du gerne mal bei patreon nachschauen nicht dass das bei dir im panel nicht mehr anpasst ich habe kein panel weiß ich nicht was du meinst hallo krokel spielst du das spiel etwa blind jup ich spiel das spiel zum ersten mal das ist ein patreon ein komischer mensch der mir geld gibt verstehe ich auch nicht so recht aber manche leute sind so verrückt igor du bist ein kapu toro und megumina du bist ein fanpi panel ist gleich control panel okay du da steht am ende was da steht ich der name der da steht der name wird in youtube-videos aufgeschrieben nein wenn du da wenn du damit nach eingeschrieben hast dann wird damit megumina stehen macht ihr keinen stress selbst wenn er denn es steht dann steht da denn es gibt einige denn es auf der welt warum sollte da denn denn es stehen soll ich die alger in bd handen oder ein schwert weil ich würde gerne alkes handen ich weiß nicht was ich machen soll was hat alkes damit zu tun wenn du alkes handen willst dann hand doch alkes was hat das jetzt mit dialga zu tun ganz einfach machen die dynamax abenteuer spaß dann suchst du ein schwert und schild dein dialga hast du ein schiller pin ein schwert und schild dann ist die wahrscheinlichkeit 1 zu 100 dass du einen dialga findest aber du solltest spaß dabei haben dynaraids zu machen wie der heppens zum beispiel wenn man für alkes dialga fangen müsste ja das heißt ist die perfekte lösung ist doch du fängst jetzt dieses dialga spielst du spiel durch holst den nationalen decks und dann kannst du arcus shiny resetten und zusätzlich kannst du in gen 8 dialga abenteuer raiden welche gen hast du bisher im längsten gebraucht im origin decks projekt weiß ich nicht äh smaragd viermal durchspielen hat natürlich gedauert smaragd viermal durchspielen feuerroth durchspielen blattgrün durchspielen saphir und robin durchspielen also von den durchspielen ist glaube ich gen 3 am längsten dafür gen 4 das längere spiel glaube ich und da muss man viermal durchspielen diamant perle und zweimal platin oder war halt die arbeit mit den glitches so schwer rauszufinden also wie man den voltglitsch macht und so weiter aber in gen 3 war es der pommelglitsch der schwierig war kann ich nicht sagen weiß ich nicht es ist ein echter kampf ja alle gleich lang hallo henriette du bist heute ein archäopteryx du hantest aktuell wenig crow viel erfolg wieso ist wie brava noch am leben hallo sweeney du bist bei 800 resets bei dialga und du hast sie noch nicht beschwert was war das wo du so lange gebraucht hast was war das wo du so lange gebraucht hast Arceus oder ne unter 1000 jahr war ich noch nicht was Arceus wo du so krasses glück hattest ok jetzt kommen hier schon krasse Ass Trainer einfach die mich fertig machen Moment Walzer ist echt krass Flambyrex ist echt gut aufgestellt was Attacken anbelangt ich habe keine tms benutzt es sind einfach nur die Attacken die es lernt sehr Pyroial einfach nur nur Pflanzen attacken und Flambyrex einfach Kampf Unlicht Gestein Feuer Ok das sind alle vier Ist das so ein Heilerboy Ich brauche kein Heilerboy Ich brauche kein Heilerboy Ich brauche XPboy Ich überlege meine Region Decks neu zu starten da ich in den meisten Spielen unterschiedliche OTs habe fühlt es sich ungefriedigend an und wie willst du das dann machen Willst du jedes Mal das Spiel resetten bis du überall die gleiche OT hast Also wie willst du das denn ändern Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich habe Angst Hätte ich nach rechts gesollt Toxic Orb OT ist doch der Name nicht die Nummer Achso Ok Ja das ist auch der Grund warum ich angefangen habe mit diesem ganzen Projekt weil ich auch überall anders hieß Ich gehe jetzt Lea Rosa Ich hatte sehr viele verschiedene Namen auch Ich bin gespannt wie du gegen den 8 Arena Leiter antrittst mit seinen Wasser Pokémon Jeffrey Dankeschön für den Spoiler Und du hast dich gewundert warum wir dich nicht mögen Vielleicht bist du jetzt die erste Person die es geschafft hat mich zu spoilern obwohl ich die ganze Zeit sage ich weiß nicht was kommt Herzlichen Glückwunsch Ein weiterer Wie sagt man Kieselstein In deinem Schuh Und du bist der Schuh Wasser also Hm Es musste ja einer spolieren Bestes Wort Ähm Wie ich gegen Wasser ankomme Ganz einfach Ganz einfach Mit Feuer Wenn das Feuer stark genug ist Dann verdampft das Wasser Wenn ihr denkt dass man ein Pokémon Spiel nicht mit einem Starter durchspielen kann Dann habt ihr Ich habe das Gefühl ihr habt dann noch nie ein Pokémon Spiel gespielt Man kann jedes Pokémon Spiel mit dem Starter durchspielen Mit ein Es ist sogar einfacher würde ich sagen als jetzt loszugehen Es geht vor allem glaube ich am schnellsten Einfacher vielleicht nicht Wenn man Ahnung hat dann fängt man sich ein gutes Team und sowas Und damit geht es dann richtig gut Aber das dauert Vor allem ohne EP Teile Das dauert Hallo J Fox Und okay bei Tenna und bei Wie hieß die andere Geradin Habe ich eine Stunde gebraucht Aber was glaubst du wie lange ich gebraucht hätte ein Sechsköpfiges Team zu trainieren Dass die alle auf Level 40 sind Definitiv länger als eine Stunde Wo ich da bei Geraldine saß Und die hatte Flug Ist genauso scheiße Die hatte sogar Flugwasser Und ich habe sie trotzdem besiegt Geraldine Martise Schwieriger vielleicht nicht Aber halt langwieriger Es dauert definitiv länger ein sechsköpfiges Team Zu ergrinden Als einfach mit seinem Level 70 Starter irgendwann durchzurennen Aber wir sind durch Wir sind durch Ähm Ich glaube wir haben kein Pokémon mit Surfer gefunden Auf dem ganzen Weg Aber hier ist Wasser Vielleicht kann ich Vielleicht soll ich mal einfach gucken Wer hier eine Angel hat Ich bin bei Schwarz Ich bin bei Schwarz einfach mit Säpe Royale und Shiny Metagross Durchmarschiert Und hab's dann auf Weiß getauscht Bin echt leicht Woher hast du das Shiny Metagross gehabt? Ja ich glaube ich habe Jede Gen Schon mal durchgespielt Mit nur einem Starter Vielleicht nicht Gen 4 Kann ich mich nicht erinnern Was ich damals gemacht habe Gibt's irgendwo eine Angel? Ach das aus dem DNS Glitch Okay Habe ich vielleicht eine Angel? Keine Angel Ich guck schnell wo es Angel gibt Es gibt ja nur noch eine Angel oder? Äh Angel Hier Ne Was? Ich darf nicht Angel eingeben Oder was? Ist das die Super Angel bloß? Super Angel Hier Eine wundervolle Avenizia Ich glaube da bin ich noch nicht Avenizia 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 nicht hier krass am Anfang Avenizia ist die erste Stadt Da kriegt man eine Angel Auch bei Schwarz-Weiß? Krass Von wem? Ab wann komme ich da hin? Erst nach der Haupthandlung Ich kriege erst eine Angel Nachdem ich das Spiel durchgespielt habe Krass Warum so gemein? Okay Okay Wie Wie Irgendwo muss ich doch jetzt Wasser-Pokémon finden Ich will endlich surfen Matis Hallo Taisi Hallo Ja Ja nur mit X-Tempo habe ich ja Geraldine geschafft Also ich werde sicher X-Tempos weiter benutzen Um die Top 4 erst zu schaffen Mal gucken Ich versuche es nicht Aber am Ende werde ich es wahrscheinlich machen müssen Wie geht es dir? Prächtig Hörst du das nicht an meiner Stimme? Wie prächtig es mir geht Warum funktioniert Walzer nicht heiß? Warum walzt du nicht? Jetzt bin ich gewalzt Auch ein Walzer bitte Such auf entspannt ein Sodamag Du kannst das ja so gut Ich komme Wenn Sodamag auch in einem Wald ist Komme ich da noch nicht hin Ich kann nicht zu Sodamag Aber das war so geil Oder Das war so geil Wie ich alle Sodamags Am Stück hintereinander gefunden habe Also alle Mugs Oh Ein Wasser Pokémon Werde ich jetzt wohl besiegen können? Gerade so Oh das war tatsächlich knapp Der Walzer ist jetzt langsam ein Problem Wie geht Cheater? Mache ich Habe ich noch einen Walzer? Bin ich schneller? Ich sollte schneller sein Ich frage jetzt ob ich Walzer mache Ich glaube wenn ich Walzer mache Oh es darf zuerst Oh jetzt hätte ich Ich dachte ich überlebt es Okay Das war's Das machen wir nochmal Ich mache nicht Walzer Wie machst du das eigentlich Bei den Regionalformen? Holst du dir zum Beispiel Hisui Viscogon Legends Oder fängst du Ein Viscora in Gen 6 Und entwickelst es in PLA? Ich bin hin und her gerissen Bei der Frage Warum bist du hin und her gerissen? Ich probiere gar nicht Den zu besiegen Das ist ein wichtiger Kampf Den können wir nicht jetzt einfach Mit mehreren Pokémon gewinnen Äh ich Warum ist das so eine schwere Frage? Was ist die Hauptregel des Origin Decks? Was ist die Hauptregel des Origin Decks? Wir fangen das Pokémon dort Wo es das erste Mal vorkam Wo kam das erste Mal Hisui Viscogon vor? Wegen der Optik im Home Mit Dann sortierst du deine Boxen anders als ich Weil ich habe eine Hisui Box Meine Boxen sind nach Region eingeteilt Das heißt bei Carlos steht überall Carlos Bei Hisui steht überall Hisui Fang es da wo es herkommt In Carlos Nein Genau sonst hätte ich ja auch Evoli gefangen In Gen 1 für Nach Tara und Psiana Und dann hättest du Beim Yoto Decks stehen Evoli aus Kanto Und das ist Beziehungsweise da steht dann Psiana aus Kanto Was ja auch Quatsch ist Also kann man machen Es gibt Ich weiß Ein Origin Decks Video Was ich mal gesehen habe Der hat das so gemacht Also der hat Am Anfang direkt 10 Evoli gefangen In Kanto Und entwickelt die dann in den Gents Aber ich finde das halt Quatsch Weil dann steht da in Carlos steht dann da Felinara in Kanto gefangen Ich meine es hat auch was befriedigendes Weil man extrem vorausschauend arbeitet Was auch ein cooles Gefühl ist Gedulde dich doch bitte ein wenig Flambyrex und Einigler Ja aber das kann ich Einigler Gibt es die TM Einigler Hier ist Route 14 Aus meiner Sicht Gibt es keine richtige oder falsch Außer für einen selbst Ja aber ich wurde ja gefragt Genau für die Symbole ist es halt cool Dann hast du Gen 9 Pokémon Die Symbole haben Bei Gen 9 gibt es glaube ich Keins aus Kanto oder Aber Gen 8 hat halt dann Gigas Die das Gameboy Symbol haben Es konnte als vollen Floink Einigler Oh stimmt Das habe ich aber verlernt Stimmt Deswegen lernt Floink Einigler Stimmt das wäre Das wäre krass ja Das wäre eine gute Strat Oh Kopfstoß Jetzt sind wir auf 50 Kopfstoß ist Gestein Und Kopfstoß macht 150 Schaden Nimmt dabei selbst eine Menge Schaden Ich weiß nicht Ich weiß nicht Genauigkeit 80 Und das tut wahrscheinlich so krass weh Aber es ist eine physische Attacke Aber Walzer auch Walzer ist so schön So Immer höher Bis zu 3 Viertel Schaden Ernsthaft Das kann mir 3 Viertel abziehen Ich mache Kopfstoß nicht Das ist so eine Suicide Attack Stimmt Die Stimmt Ah, hier ist die Bucht von Undula. Oh, warte. Ich muss heute... Oh mein Gott, ich hätte was vergessen. Das mache ich gleich. Ich gucke noch hier, ob ich irgendwo hinkomme. Ich muss Skaluk... Ne, Grefeldes fangen. Das ist nur Freit... Nur donnerstags auf Route 4, glaube ich. Oh mein Gott, komme ich nicht auf Route 4? Doch, Route 4 ist Wüste. Ich komme nicht auf Route 4. Grefeldes mit versteckter Fähigkeit ist nur auf Route 4, nur am Donnerstag, nur in Schwarz-Weiß 2 zu finden. Und jetzt ist nur die Frage, ob ich das richtige Datum in meinem DS eingestellt habe. Wegen diesem Traumradar ist das ja dauernd verschoben. Ich glaube, ich habe gestern das richtige Datum eingestellt. Moment mal, ist Enekoru gar nicht Psycho? In meiner Welt ist Enekoru Psycho, aber es ist normal. Oh, ich mache die ganze Zeit gewissheitig, Trottel. Ah. Enekoru sieht so Psycho aus. Vielleicht Enekoru noch nicht, aber Enekoru? Das ist doch so ein älterer Herr, die geben einem doch immer Sacken viel Geld. 7.800. So, komme ich jetzt hier irgendwie krass weiter? Komm, hier ist doch so ein schönes Feld, wo es Wasser-Pokémon gibt. So ein Felino. Oder ein Absol. Absol kann vielleicht sogar Surfer. Oder? Ich meine, es gibt viele abstruse Pokémon, die Surfer können. Absol. Kann nicht surfen. Bui, 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 bui. Bui, bui, bui. Bui, bui, bui. Ich glaube, du kannst Surfer. Bist ein bisschen stark jetzt. Na gut, Enekoru. Komm her. Willst du das mit Wascherquill machen? Das ist 100% männlich. Ist das so? Dann kann ich nur Wascherquill mit versteckter Fähigkeit fangen, wenn das so ist. Ist Netzball nur für Angel-Pokémon oder allgemein Wasser-Pokémon? Allgemein Wasser-Pokémon, ne? Schauen wir mal, ob es im Netzball drin bleibt. Moment, nee, Netzball ist Käfer. Was denke ich gerade? Wasser und Käfer. Ja, doch. Das Symbol ist dabei, dieses, so ein Spinnennetz, deswegen. Verwirrt. Griffel, das ist doch 100% weiblich. Das wusste ich gar nicht, dass sie sich da abtauschen. Dass sie sich da abwechseln, unterscheiden. Ja, dann, mei, dann ist das halt so. Warum kann Altaria Surfer lernen? Wobei, man surft auf so einer Wolke dann. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und gehen viele weitere versteckte Lichtungen ab und suchen Griffeldes. Aber was war? Kann man von dritter Gen auf dem 3DS irgendwie hoch transferieren? Nö, weil du kannst die dritte Gen auf einem 3DS gar nicht haben. Wie hast du das? Das hört sich sehr illegal an. Kannst du es nicht mit Ditto brüten? Hat es dann auch nicht auch die versteckte Fähigkeit? Nein, weil in Gen 5 vererbt Ditto noch nicht. Das wäre dann ein ganz normales... Ich meine, wir können es ausprobieren, aber wir haben das schon mehrmals jetzt nachgeschaut. Vielleicht meint er Remake. Das Remake von Gen 3 auf dem 3DS. Das geht selbstverständlich. Da kannst du ganz einfach Pokémon Bank benutzen. Stimmt, das meinst du. Ja, ja. Hallo, Flori. Kann ich mal eine Stream-Frage stellen? Oder lieber wann anders? Ich wüsste nicht, wann anders du die stellen solltest. Weil ich spiele immer Pokémon. Aber du darfst selbstverständlich eine Stream-Frage stellen. Die guten alten Zeiten. Da werde ich ja richtig... ...mehankolisch. Leons meint. Ich habe mal eine Frage. Okay, Flori. Woher hast du den Pokéfinder her, den du für RNG-Methode verwendet hast? Habe ich das nicht unter dem Video verlinkt alles? Google einfach Pokéfinder. Ah ne, es kann sein, dass ich das nicht verlinkt habe. Aber ich habe doch all die, die... Leider nicht. Das war Absicht, weil ich habe... Weil das sind nicht meine... ...meine, meine, meine Software. Meine Programme. Aber ich habe zwei Kanäle drunter. Alter, hallo. Aber ich habe zwei Kanäle drunter verlinkt. Papa Hefe und... ...I am a Blissey. Mit meinem Video kannst du ja gar kein RNG-Manipulating machen. Weil ich einfach nur zeige, was ich gemacht habe. Das ist aber keine Anleitung gewesen. Deswegen, du musst dir sowieso Papa Hefe und I am Blissey anschauen. Und die geben dir all die Programme, die du brauchst. Okay, das war ein schrecklicher Kampf. Was passiert dir gerade? Warum kann ich dich nicht eintauschen? Hä? Ich kann nichts machen. Hä? Ah, achso. Der will, dass ich das so tausche. Okay. Hätte ich mal schon einen Surfer beigebracht. Kann man den BDSP, Dialga oder Parkgear erneut herausfordern, wenn man es auszusehen besiegt auf der Sperrsäule? Ja, sobald du das Spiel durchgespielt hast. Kennst du das Plugin Vertical für OBS? Ja. Wenn ja, kannst du mir sagen, wenn ich meinen YouTube-Stream-Schlüssel angeben habe, ob das direkt als Shortstream ist, also Hochformat. Oder muss ich dafür irgendwas einstellen, das ich als YouTube Shortstream kann? Krasse spezifische Frage. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Ich hatte einmal kurz... Schau dir einfach das Video von Natti an, daher hast du das doch bestimmt. Oder? N-U-T-T-Y Natti Vertical Streaming oder YouTube Hochkant, keine Ahnung. Er hat ein Tutorial dafür. Ich habe das einmal kurz eingerichtet. Mir ist aufgefallen, Boyz ist nervig. Ich habe keinen Bock und habe es wieder gelassen. Also, keine Ahnung. Ich kenne das, aber ich kann dir da jetzt kein Tutorial für geben. Weiß ich nicht. So, Surfer. Dann sollte ich mal mein ganzes Geld verkaufen. Mein ganzes Geld verwenden. Okay. Kann ich Enteron sogar auch Stärke? Wahrscheinlich, ne? Jeder kann Stärke. Du hast das von Nilsson angeschaut? Und der hat das nicht erklärt im Video? Dann musst du Nilsson fragen. Warum fragst du denn dann mich? Wenn du es doch sowieso von lieben Nilsson hast. Ist es rechtens, mein eigenes Blatt grün auf dem PC-App zu speichern oder auf meinem anderen Nintendo-Konsole zu spielen? Ja. Okay, es funktioniert. Alles gut, Dens. Ich wünsche dir viel Erfolg, es herauszufinden. Jetzt können wir einige Lichtungen checken. Dowsing, kann ich zum Dowsing-Hof? Ne, ich muss da hingehen, wie so ein Tier. Wie so ein York-Cliff muss ich jetzt da hingehen. Gibt's Pokémon, die du Shiny hanten willst, aber nicht als Shiny in aktuellen Spielen bekommen kannst? Die jörgste Shiny hante ich gerade zur Zeit. Ich habe schon zwei. Benicro kann man in Usum Shiny handen. Shyman habe ich auch. Kann man in BDSP Shiny handen. Deine Beispiele sind nicht sehr gut. Alles, was es gibt, kann ich auch Shiny handen. Oder wie meinst du das? Ich will alles Shiny handen. Ne, es gibt... Also, ja? Nein? Was? Ich kann alles Shiny handen. Außer, was es halt nicht in Shiny gibt. Ich bin hier lang gegangen aus... Keine Ahnung, Reflex von gestern? Wir wollen es nochmal sehen, den schönen Ort hier. Okay, gehen wir wieder zurück. Könnte ich nicht. Ich muss komplett da hoch gehen. Ist das der richtige Weg? Ja. Also gibt es bald den Shiny Living Dix in verlinter Form? Was ist bald für dich? Zehn Jahren? Ja. Morgen? Nein. Und wenn, dann ist es der Shiny Living Form Dix. Ich bin bei 1127 Shinies. Das heißt, es fehlen nur noch 250 Shinies und ich habe jede Shiny, das existiert. Das heißt aber nicht, dass ich das in einem Jahr habe, weil das sind 250 Shinies, die alle sehr, 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 sehr schwer zu kriegen sind. Und deswegen sind sie ja, deswegen sind sie ja, deswegen sind sie ja die Letzten. Hier lang? Nee, unten lang? Nee, doch, nein, hier lang. Aber so viele Leichte sind es nicht mehr. Es sind schon noch ein paar Leichte dabei, so halt superviele, die ich in Schwert und Schild noch nicht ausgebrütet habe oder so. Aber, weiß nicht, du weißt es ja am besten. Hier gibt es welche, die dauern Jahre. Wie viele doppelt? Was, wie viele doppelt? 1.127 ist nix doppelt. Nein, Phil, ich hasse das, wenn Leute das schreiben. Das wäre nicht besser. Was gibt es heute zu essen? Nur deswegen baut man Surfer, wow. So, hier war ich noch nie, das heißt, hier muss was sein. Stabil-Mulch. Hey, okay, dann. Ich brauche die Liste. Route 2 können wir nicht, Route 3 können wir nicht. Route 5 waren wir vorhin, aber können wir jetzt eigentlich wieder checken. Route 5. Oder wir sind bestimmt schon genug Stritte gegangen. Jetzt haben wir schon feuchten Mulch und stabilen Mulch. Ich kann bald einen Mulch-Shop aufmachen. Ich meine, wie viele Shinies davon hast du doppelt von deinem Shiny Living Decks? Zwei Nachrichten oder eine Nachricht über dir ist der Link, da kannst du schauen, welche doppelt sind. Links. Es wird gerade gesucht, Lichtungen. Lichtungen. Das wird der meiste Gameplay, das meiste Gameplay hier sein. Lichtungen finden. Lichtungen. Hier ist tatsächlich nichts gespawnt in der Zeit. Keine 5% getriggert. Route 6. Da kann ich jetzt über die Züchterin und ich kann zur Panaero-Höhle. Da sind zwei Checks und der eine hat Fleckneul und Tarnpinion. Beide haben Fleckneul und Tarnpinion. Beide brauche ich. Dann Route 7 hat Kugma da. Und Route 9 können wir noch nicht. Das heißt, das Einzige, was ich mir jetzt geholt habe dadurch war dieses, war das bei Dowsinghof und Panaero-Höhle. Route 2 habe ich jetzt mehr, weil ich Surfer kann. Kann ich nicht hier so Abkürzungen nehmen? Meine Ertäuschung ist auch eine Lichtung. Ich weiß, da waren wir vorhin. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal hingehen soll. Wir sind noch nicht viele Schritte gegangen anscheinend. Aber wir gucken mal hier jetzt bei der Route 6. Wenn da jetzt was ist, dann gehe ich auch zum Heim der Täuschung. Auf Route 18 gibt es eine versteckte Lichtung. Okay. Donnerstein. Also hier war wieder was und er hat ja kein Pokémon. Wie kommen wir zur Panaero-Höhle? Ich glaube einfach, indem ich da oben surfe. Aber das ist ja voll schade. Das heißt, ich muss Geronimatz normal fangen. Haben wir an alle Möglichkeiten gedacht? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, einen Geronimatz zu kriegen mit versteckter Fähigkeit? Das ist immer männlich. Moment. Aber das Pokémon an sich ist nicht immer männlich, oder? Doch, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Dann ist es unmöglich. Dann ist es unmöglich. Schade. Das heißt, ich hole mir Wascherquill. Das ist immer männlich. Pokéball. Versteckte Fähigkeit. Fertig. Und dann Geronimatz muss ich normal fangen. Aber dann fange ich das hier, dann haben wir wenigstens beide die gleiche OT. Ok. Haben Pokémon in Lichtung höhere Shiny-Ods? Nö. Hier geht es nicht um Shinies. Hier geht es nur darum, Pokémon zu fangen. Aber Pokémon in versteckten Lichtungen haben versteckte Fähigkeiten und ich möchte jedes Pokémon mit versteckter Fähigkeit fangen. in Gen 5 bekommst du außerhalb Weiß, Weiß 2 nicht. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen müssen wir beide spielen. Hallo Daniela. Wo ist jetzt hier eine Lichtung? Oh Gott, dieser Pokémon. Ich glaube sogar die Lichtungen sind Shiny-Locked. Das kann gut sein. Hallo Marco. Schleuder. Hamke, du bist heute ein Famibs. Guck mal da, ganz klein. Äh. Hm. Hallo? Famibs. Guck mal da, ganz klein. Ein Dreier-Famib sogar. Es ist immer ein Dreier-Famibs. Ah, hier einfach davor direkt. Okay. Komm, gib mir was. Gib mir was. Kann nicht sein, dass ich heute ohne Fang rausgehe. Oh mein Gott. Tanpingyong, please. Yay. Nice. Männlich, please. 50%. Yes. Okay. Tanpingyong-Reihe ist fertig. Ich habe zwei Tanpingyongs. Männlich jetzt mit versteckter Fähigkeit. Das ist Marco. Marco ist ein Gortron. Genau. Versteckte Fähigkeit ist 100%. Aber eine Lichtung hat nur zu 5% überhaupt etwas. Und wenn die 5% getroffen werden, nur zu 20% ein Pokémon. Und dann will ich ja männlich oder wenn ich es brüten muss weiblich. Also muss ich nochmal 50% treffen, damit es das Richtige ist. Das heißt 0,5%. Das heißt 0,5%. Dass alle 256 Schritte in einer Lichtung etwas ist, was ich brauche. Aber es sind auch nicht so viele. Ich kann gleich mal die Liste abkreuzen, was wir schon haben. Aber es ist auch nicht viel. Aber es sind auch nicht so viele. So, wo finde ich jetzt... Es war glaube ich Route 4, wo Griffeldes ist. Moment. Marco hat resubscribed. Marco. Dankeschön. Na du feuchter Mulch. Wir haben heute schon stabilen Mulch gefunden. Ich bin heute ein stabiler Mulch. Man kann in Lichtungen scheinlich finden. Die Chance ist halt 1 zu 8000. Was ist wenn du den Chiller Pin hast? Matrifol habe ich. Tan Pingyang habe ich zweimal. Hast du noch ein paar? Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das mit Voltolos machen. Weil... Das ist so ein bisschen dann... Widerspricht sich gegenseitig. Weil dann habe ich... Egal. Wann anders. Hier Griffeldes, Route 4. Route 4. Route 4. Route 4. Route 4. Donnerstags. Und das fliegt da rum? Oder? Mal schauen. Als Sesokids... Ich habe 1 Sesokids. Ich brauche ein paar mehr. Ok. Es sind ein paar. Aber wir haben noch nicht mal die Hälfte glaube ich. Schwer zu sagen. Ok. Ok. Route 4. Was war dein Lieblingsstatus aus jeder Gen? Und was war dein Hassstatus aus jeder Gen? Also aus einem einziger Gen? Ausruhezeichen Liebling. Da wird dir alles beantwortet. Soll ich nochmal zur Lichtung gucken? Ich guck nochmal zur Lichtung. Hain. Hain. Lichtung. Hain. Was ist der Unterschied zwischen? Ne. Lichtung ist, wenn du in was drin bist und da ist ein kleiner Platz. Und Hain ist eine riesige freie Fläche. Eine riesige freie Fläche. Soll ich mal stärker anwenden, oder? Dann kommt man hier glaube ich einfacher durch. Molly Morba. Aber wo kriege ich überhaupt Geronimats her? Oder muss ich dafür wirklich brüten? Das kann gut sein, ne? Tausch. Route 10, 11, Siegestraße. Ah ne. Geronimats gibt es ganz normal. Das versteckte Fähigkeiten. Wascherquill. Das ist besonders. Züchten? Ne. Anscheinend kann man das in weiß ganz normal fangen. Soll ich eigentlich mal meinen Enteron einfach so zu einem richtig schönen 4M-Sklaven machen hier? Ach. Zerschneider. Was? Enteron kann nicht zerschneiden? Jedes Pokémon das Krallen hat, sollte zerschneiden können. Sengu kann es auch nicht. Aber es gibt auch Wasser-Pokémon, die keinen Surfer können. Ist auch komisch. Oder Kaskade. Das war auch anders, konnte glaube ich keine Kaskade. Oh. Das war nicht genug Schritte. Dann gehen wir jetzt auf Route 4. Nehmen aber, guck mal da. 4 sollte doch das hier sein, oder? Ja. Oh, ich kann sogar in die Einklangspassage schnell reisen. Oh. Aber wo ist das denn jetzt hier? Ich meine, hier ist noch, glaube ich, hier ist noch gar nicht die ... Ich schätze ja, das ist ein ... Entweder es ist so ein Flugpunkt und dann kommt es runter, weil ... Oh, das steht tatsächlich irgendwo in der Wüste. Also im ... Im Wüstenbereich. Der sieht aber hart aus. Wie viele von uns habe ich eigentlich schon gesehen? Jetzt habe ich hier das falsche Pokémon ausgerüstet, ey. Ich glaube, du warst schon richtig. Ich war überall. Was war richtig? Ich war richtig? Ich war richtig? Oh. Fucano. Da unten bin ich instinktiv in der Wüste. Ich bin in die richtige Richtung gegangen. Aber ich wollte nicht ins hohe Gras. Hallo Benni. Was hat mein Flambierix eigentlich ausgerüstet? Ach, der Granitstein. Egal. Ich glaube, dein Systemdatum stimmt nicht. Ich habe Angst. Ich kann halt nicht nachschauen. Gerade beim Routenwechsel stand auf der Tafel 26. April. Ernsthaft? Aber ich habe nicht die Zeit vorgespult. Ich habe extra letztens die Zeit wieder richtig gestellt. Ah, und dann bin ich rausgegangen. Und habe wegen dem Pokedollar, wegen dem Dollar einen Tag vorgestellt, damit ich wieder einen Kilometer laufen kann. Ah, es kann sein, dass heute Freitag ist im System. Hier steht doch der 25. Wo? Wo siehst du das? Im Speichern steht der 25. Ach, da stand es. Okay. Dann ist ja alles gut. Wie wäre es eigentlich mit dem Shiny Origin Decks zum Anschluss an deinen Origin Decks? Haha. Frottel. Du wolltest mir Angst machen Toasty. Okay. Du wolltest, dass ich umdrehe. Und das Griffheldes alleine lasse. Gott, was ist denn hier los? Was? Gehen wir mal zuerst hier lang. Zum Item. Ich mache jetzt einen Schutz an. Schaufler. Nice. Das wäre eine gute Attacke für einen Flambyrix, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich Walzer für immer behalten will. Ich bräuchte etwas, um Wasser-Pokémon Schaden zu machen. Das gibt es nicht so. Ich glaube, da gibt es nichts. Es gibt keine Elektro- oder Pflanzenattacke, die Flambyrix lernen kann, oder? Eine Attacke, die zumindest normal ist gegen Wasser. Aber dafür habe ich Armstoß. Aber das Armstoß ist schlecht. Irgendwann wird er Nahkampf lernen. Okay, ich bin inzwischen auch sehr stark. Aber die Jacke von dem ist cool. Die muss doch... Das wäre so ein Ding, was vielleicht damals sogar als Merch existierte, oder? Die Rabigator-Jacken von denen. Oh, die ist cool. Es muss auf Etsy jemanden geben, der die verkauft. So eine fette Rabigator-Lederjacke. Donnerschlag. Oh, Donnerschlag. Stimmt. Ich sollte mir Donnerschlag beibringen. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich eine Herzschuppe, oder? Gibt es nicht die TM-Art Donnerschlag? Es gab doch... Früher gab es jeden Schlag als TM irgendwo rumliegen. Der kann sogar Solarstrahl. Was? Flambyrix kann Solarstrahl? TM-68. Oder ist das so einer, der jetzt drei Kämpfe wieder macht, weil er auf dem Motorrad sitzt? Ist so cool. Zehn Rotst... Zehn Rotstücke sind Donnerschlag. Rotstücke. Okay, okay. Das ist eine Option also für die Wasser-Arena. Vielleicht kann ich auch noch eine bessere Unlicht-Attacke lernen. Zum Beispiel hier Gegenstoß. Oder wie heißt es? Auch Gegenstoß heißt es, glaube ich, oder? Diese fette Unlicht-Attacke, die physisch ist. Die gibt es auch als TM zu kaufen. Vielleicht kann er die lernen. Dann habe ich eine richtig gute Attacke gegen Psycho-Arena. Gen 5 hat keinen Donnerschlag. Ich meine, Gen 5 hat halt zum ersten Mal diese TMs, die man unendlich oft einsetzen kann. Den kann ich verstehen, wenn sie bei ein paar Attacken gesagt haben, nee, nee, nee. Ich meine, ich grind hier gerade einfach nur Geld. Aber wenn ich vielleicht x Items später kaufen muss... Ich meine, ich grind hier gerade einfach nur Geld. Ein Nachteil hat das Ganze so ein bisschen. Ich muss weiß zwei auch noch durchspielen. Und ich habe kein gutes Team. Ich habe nur ein gutes Pokémon. Das heißt, vielleicht muss ich das Ganze nochmal mit einem Pokémon durchspielen dann. Beziehungsweise, ich fange mir einfach starke Pokémon am Ende. In der Siegestraße oder so. Ein paar Level. Ja, aber die schwachen Viecher hier geben mir kaum Level. Das trifft nicht mal Flammenwurf. Gen 5 ist TM68 Gigastoß. Aha, das meine ich. Trotzdem ist TM68 Donnerschlag. Nee. Die Namen ändern sich auch, je nach Gen tatsächlich. Man muss bei Pokewiki auf die richtige Gen auch klicken. Deswegen gucke ich da oft gerne auf Seribi nach. Weil bei Seribi, finde ich, ist es übersichtlicher mit den Gens. Oh, da sitzt es. Es sitzt einfach so rum. Es fliegt noch nicht mal. Kein Doppelkampf? Süß! Süß! Aber Flambeerix kann Donnerschlag lernen. Das stimmt ja. Speichern? Ich muss noch nicht mal speichern. Weiß 2 nur mit unterentwickelten Pokémon. Wäre das eine Idee? Nö, es hört sich nicht nach Spaß an. Driffel! Hallo Bio Buddha. Nein, aber da das weiblich ist, kann ich ja auch nur Weibchen machen, ne? Aber ja, das ist halt so. Das heißt, ich brauche... Das eine ist jetzt sogar schon abgehakt. Und das kann ich jetzt benutzen, um ein Skaluk zu breiten. Bei Wascherville geht's nicht. Oh, das stört mich so. So asymmetrisch dann. So, beim einen habe ich zwei mit versteckter Fähigkeiten, beim anderen nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben, aus einem männlichen auch ein kleines zu machen. Menno. Was ist, wenn ich... Was ist, wenn ich dann einfach ausnahmsweise das Geronimats auf Gen 9 hochtrade und einfach dem dann Pflaster gebe? Und dann hat's die versteckte Fähigkeit. Ich halte es nicht aus, wenn es nicht die versteckte Fähigkeit hat. Warum hast du nicht Donnerwelle? Was, was, was? Ist das Boden? Nee. Benno, das ist Stein. Eben. Später mit Fähigkeiten Pflaster wäre doch eine Option. Jaaaa. Aber dann könnte ich das ja auch bei allen machen. Wenn du damit anfängst, musst du es bei jedem machen, ansonsten bricht's deine Regeln. Nö, meine Regel bricht es nicht. Es gibt keine versteckte Fähigkeiten-Regel. Das mach ich ja nur, um das Video interessanter zu machen. Und für meine Ordnung müsste ich ihm wenigstens dann eine versteckte Fähigkeit geben, künstlich. Damit die Reihe wenigstens komplett ist. Wenn ich alle anderen auch die Reihen komplett mache... Mann, Mann, Mann. Okay. Hab ich das im Team? Ja. Fällt es mit der Fähigkeit Bruchrüstung? Kurz überprüfen, ist das die versteckte Fähigkeit? Selbstverständlich, oder? Äh, Bruchrüstung, ja. Wunderschön. 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 Wahnsinn. Es bricht die Regeln dort, wo es das erste Mal gibt, als das scheinbar noch nicht dort erhältlich ist, wäre es ein Bruch. Okay, wenn du das so siehst, aber ich sehe das nicht so, weil es gibt keine Regel mit versteckten Fähigkeiten. Wenn ich Bock hätte, könnte ich allen die versteckte Fähigkeit mit Pflaster geben. Oder nur der Hälfte oder nur drei Stück oder sowas. Ich habe ja auch in Gen 1 welche mit versteckter Fähigkeit. Meine Regel ist Ordnung. Und dass der Kleine keine versteckte Fähigkeit hat, das kann ich nicht akzeptieren. In Gen 1 geht er mit versteckter Fähigkeit? Aha. Hallo Eriko. Hallo. 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 Bitte schön. Ich hab nix mehr zu trinken. Pech gehabt. Hallo, Nemesis. Hier ist nix mehr. Was kann ich jetzt noch checken? Da war ich, da war ich. Ich glaube, ich kann nix mehr checken, oder? Schrein der Ernte. Kein der Täuschung. Route 2 und 3. Route 9. Moment, was ist das eigentlich für eine Route, auf der ich jetzt dann neu bin? Janusberg, Ondula. Bucht von Ondula, an welchem Tag ist das? Bucht von Ondula ist... Hier haben wir auch ein Problem übrigens. Apoqualyb. Apoqualyb hat zwei Formen, je nachdem ob es männlich oder weiblich ist. Das heißt, die eine Form werde ich auch nicht zu Quabbel machen können. Da werde ich auch Pflaster benutzen. Das macht mich fertig sonst. Donnerstags in Weiß 2, schade. Können wir heute nicht holen. Dann, was ist hier noch für eine Route? Ruft von Ondula, Strandgrotte, Route 21. Unter See-Tunnel. Gott, ist das hier verzwickt? Hier ist 13. Okay, ich könnte vielleicht zur Route 13. Und da ist... Thampinyong wieder. Aber das haben wir fertig gemacht. Okay, auf Route 13 gibt es kein Mon, was ich brauche. Und auf Route 9 kann ich noch nicht, oder? Route 7, Route 8, Route 9. Und 22 ist hier irgendwo am Arsch. Hier, genau. 23 auch. Ewigen Wald komme ich nicht hin. Der ist nämlich hier. Riesengrotte. Okay. Wir können nichts mehr checken. Wir müssen aber weiterspielen. Hier, ich trinke noch was aus dem geheimen Gefäß. Ich erzähle eigentlich nirgends von der Arena. Wir können jetzt hier rüber, oder? Wir müssen hier rüber. Wir können jetzt hier rüber rüber. Wir müssen jetzt hier rüber rüber. Der ist ja nicht mehr so auf dem geheimen Gefäß. Wir können jetzt hier rüber. Und jetzt? Achso, ach der aber stimmt, den habe ich ja nicht geschafft. Ich verliere gerade so viel Geld wieder. Aber jetzt schaffe ich ihn einfach, ich darf nicht Walzer machen. Wer bist du schon? Da wo ich gerade stehe, keine Ahnung. Ich bin in Ondula. Aber ich muss Walzer machen, es ist ein Flug-Pokémon. Flammenwurf. Faser-Snob. Ich habe dazugelernt. Atmurai ist aber Unlicht, ne? Oder ist das nur Unlicht? Gott, ich habe es wieder vergessen. Ist das nur Unlicht in... Es ist kein Unlicht, ne? Nur Wasser. Aber Wasserdüse macht ja nix, ey. Okay. Okay. Komm, fünfmal Armstoß. Wird schneller? Ach, weil Wasserdüse. Ich dachte schon, eigentlich sollte ich schneller sein mit Level 50. Okay. Okay. Vergeltung. Chill, 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 chill. Und jetzt, wenn er Wasserdüse macht, wird es brenzlig. Aber... Ich mache zweimal Armstoß. Oh, du Sack. Oh, du Drecksack. Oh, du Drecksack. Oh, du Drecksack. Ich will einmal kurz sehen, was Flammenwurf macht. Und das überlebe ich. Gerade so. Gerade so. Gerade so. Okay. Wir müssen eine Taktik. Wir brauchen eine Taktik. Wir brauchen eine Taktik. Wird Zugabe machen. Matisse. Please. Habe ich nicht gespeichert nach Greffeldes. Kann ich nicht einfach... Oh, der hat doch noch... Der hat nur drei Mons. Was hat er noch danach? Oh, der hat doch noch... Der hat jedes Mal leicht andere als er. Er hatte immer Fasersnob und Abmurei natürlich. Warum hat er nur noch... Nur drei immer noch? Oh mein Gott. Ich will ihn nicht besiegen. Ich mache nur... Ich mache gar nicht mal so Drecksattacken. Äh... Na, schweift es schlechter. Ah, stimmt. Den Pflanzenaffen. Den habe ich ja sogar gesehen. Der Pflanzenaffe. Hast du keinen Beleber? Er hat viel, glaube ich. Daniela! Du bist halt schon lang genug hier, um zu wissen, was ich hier mache. Kann Superzahn eigentlich killen, wenn es ein KP hat? Ne, ne? Außerdem sehe ich, dass er drei Pokémon hat. Er hat nicht vier. Er hat drei. Ich sehe das doch. Oh doch, ich kann ihn umbringen. Das heißt, es macht mindestens ein KP Schaden. Stopp! Schon krass, dass ich ihn einfach besiegen könnte. Hopp. 4.000 wieder verloren. All das Geld. Ich gebe mal wieder ein bisschen Geld aus. él Einflaschen. up galackiert eine toll温 helft ein bisschen Geld aus. Ihr wollt ihr auch keinen Nein. Pil marketieren. fob. fedest. Uificación. Auf dass du mittlerweile noch nie gunst. Auf Fiel ag Doch. Ich stelle es nicht auf. Ich weigere mich. Als nächstes kaufe ich nur noch x Sachen. Was habe ich hier inzwischen für Items? Griffklaue, verlängert die Dauer von Klammergriffwickel, oh Gott, Granitstein, dieser bizarre Opfer giftet seinen Träger im Kampf, ja, ne, Magnet, Krummlöffel, Glück sei, was was? Ich sollte mir, ich hätte mir schon längst ein Glücksei geben sollen. Ich glaube, ich probiere es nochmal mit Walzer. Das war eigentlich schon okay. Stimmt, die Nuggets könnte ich dann auch verkaufen irgendwann. Aber noch nicht. Nuggets kann mir Matisse nicht wegnehmen. Scanner ist halt auch echt doof. Komm. Okay. Jetzt kommt schon ein Dreierwalzer einfach. der sollte Atmurei doch fertig machen, wobei es ist Stein, aber trotzdem. Nice. Okay. Zack, Atmurei weg. Jetzt kommt der Fünferwalzer und der sollte eigentlich WG Cheater sowas von weghauen. Ups. Hallo Benni. Ich hatte nur Pech vorhin. Easy. Einfach durchwalzen. Schon peinlich, wie einfach das sein kann. Gehen wir weiter. Ich hab's jetzt nirgendswo in zwei Städten, gab's keine Arena. Wir müssen trainieren. Glücksei. Warum hab ich Glücksei nicht schon viel früher ausgerüstet? Das heißt, wann ist Bucht von Ondula? Montag. Am Montag müssen wir Apoqualyb holen. Das heißt Thanatos und als Anlehnung an Thanos. Jetzt brauche ich erstmal keine Mons. Vielleicht finden wir noch ne versteckte Lichtung irgendwo, aber so wie ich jetzt vorhin geguckt habe, die versteckte Lichtung, die hier irgendwo ist, bringt mir nix. Was? Die hätten nur Tamping Jungs. Tschüss Daniela. Ich dachte es ist stärker. Ich habe gestern Nacht Deoxys gemacht. Da bin ich jetzt bei 5800 Deoxys. Und bei Manafi habe ich weitergemacht. Da bin ich jetzt bei 260. Also mache ich heute auf 280. Und dann die Tage streamen wir auf 300. Dann war es das mit Manafi erstmal. Hallo Shrik. Elisabeta. Buba Formeo. Buba Formeo. Buba Formeo. Hast du eigentlich von Home Shiny Hunt mitbekommen, wo man die 3 Galas Starter in Shiny bekommen kann? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn eine Home-Shiny-Hand? Ich bin gefroren. Alter, das ist so unwahrscheinlich. Wie lange geht es in Gen 5? Oder geht es hier unendlich? Nee, das geht seit Gen 3 nicht mehr unendlich, oder? Ja, tau mich auf. Geht es in Gen 5 schon, dass man aufgetaut wird? Tatsächlich? Alles klar. Leicht ihr einen Shiny Manafi, da willst du mehrere. Es gibt nur einen Shiny Manafi, also warum sollte ich mehrere wollen? Nee, ich brauch nur eins. Das wär der Horror. Warum habt ihr so einen Shiny-Page? Bei mir kommen die Shinies zwischen 385.000 und 1.000 Encounter. Und wieder ein weiteres Beispiel, warum dich keiner mag, Jeffrey? Ich glaub, bald muss ich dich hier auch bannen, zu deinem eigenen Geschutze. Was ist da los, Jeffrey? Red mit uns. Können wir dir irgendwie helfen? Warum musst du solche Sachen schreiben? Man kann ja Schild und Schwert mit Home connecten und bekommt auf der Mobile-App dann drei Starter geschenkt und die können Shiny sein, wenn man Glück hat? Das wusste ich noch gar nicht. Hey, Gemstone, thank you. Das wusste ich gar nicht. Klingt ganz cool. Da find ich aber Box cooler mit Surfer Pichu. Das war doch bloß eine normale Frage. Nein, das war angeben. Das war doch einfach nur angeben. Das war keine normale Frage. Ich überlege, was ich mache. Entweder Legit in Usum Soft Resetten oder was Verrücktes und Shiny Breeden in Schwert und Schild. Hast du schon welche Shiny Breeden in Schwert und Schild? Du wirst danach süchtig sein. Noah! Du bist ein Pamo. 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 Ein mittleres Pamo. Nee, interessiert mich nicht, Igor. Ich verstehe schon, wie es geht. Ich kenn das. Ich hab die ja auch geholt. Ich hab die ja auch, die Starter. Aber ich wusste nicht, dass man die Shiny handeln kann. Ist Sterndu Psycho? Auch nicht, gell? Nee. Es gibt so ein paar Pokémon, die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie Psycho attacken können. Wie Enteron und Sterndu. Aber Starmie? Nee, Starmie ist auch nur Wasser. Die brauchen mal ein Update, die Pokémon. Mhm. Vor allem ist es hier nicht nur gut zum Trainieren, sondern auch gut dafür, dass ich den Pokédex vollkriege. Wie zum Beispiel mit Jason Mamo. Starmie ist Wasser-Psycho. Dann ist ja alles so, wie es sein soll. Mamo Lida ist bestimmt Psycho. Nein. Hallo, Marschicksel. Klingt sehr fake, dass man die handen kann. Dann interessiert mich jetzt noch das Video, Igor. Dann müssen wir jetzt aufklären, ob das echt ist oder ob das fake ist. 1,50m schon. Haben wir jetzt eigentlich eine Abkürzung genommen? Hätten wir auch den ganzen Weg oben gehen können? Wahrscheinlich. Aber ich habe langsam keine KP mehr. Darf ich ihn hier reinschicken? Jep. Ich habe ihn hier. Doch, es scheint echt zu sein. Kann man machen. Da steht tatsächlich Cobalium. Dacht mir gerade was. Süß. Das ist die Frage, was die Chancen sind. Es sollte ja 1 zu 4000 sein. Kann man auch nicht Softresetten. Ähm, du bräuchtest immer wieder einen neuen Spielstand, oder? Kann ich das jetzt ernsthaft hier fangen? Aber wir sind noch nicht ansatzweise durch. Hüpft es weg? Cool. Swift-Safe weg, oder? Nein. Krass. Krass. Kein Bock. Kann man den Pokémon Crystal, Lugia und Ho-Oh fangen? Oder nur eins von beiden? In Crystal kannst du Lugia und Ho-Oh fangen, ja. Aber eins von beiden ist sehr, 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 sehr Endgame. Ich weiß nicht, welches von beiden. Ich glaube, Ho-Oh ist extremes Endgame. Also, Yoto und Kanto durchspielen. Was ist hier? Okay, nächste Stadt. Ich will mal wieder eine Arena machen. Tessera. Tessera. Wahrscheinlich ist erst ein Twin-Drag die Arena. Es fehlen ja nur noch... zwei Arenen. Hallo, Lenni. Tschüss, Minato. Minato. Tschüss, Minato. Ich habe natürlich aufgepasst und wenn jetzt ein Quiz stattfinden würde um die Geschichte von Teresa, dann wahrscheinlich heißt die Stadt nicht mal Teresa Tessera Die Legende von Sakron selbstverständlich It was I Ist Teil der Story, dass ich Q-Rim und Sakron fusionieren muss eigentlich Ja Okay Ich sollte hier am besten hinterherlaufen, oder? Aber wo ist sie lang? Ja He's a drop Ichamento Ich� Hat Frigometri ehrlich Robustheit? Nein. Das ist schon wieder so ein Zufällig bleibt ein KP übrig. Flampyrex wurde besiegt? Dann war das schon angeschlagen. Shit. Wegen Lichtschild, ja. Hans Nebel schon Eisattacken hier. Mit 44 wahrscheinlich. Oha, Matisse. Nicht schlecht. Was passiert eigentlich, wenn ich Turm Kick mache und mein Mitstreiter besiegt das Pokémon? Mache ich dann Turm Kick ins Nichts? Ne, weil hier gerade fliegen habe ich auch auf das andere Pokémon dann gemacht. Ist aber geil. So, ich nehme so Anlauf. Mach den krassesten Turm Kick ever. Dann wird es einfach vor meinen Augen besiegt. Und ich so, nein. Hallo Arthur. Ne, es würde nicht, also es kann verfehlen, aber es würde einfach automatisch das andere Pokémon auswählen. Das ist ja gerade passiert. Ich habe das andere Pokémon angegriffen und dann wurde es besiegt und dann habe ich das andere Pokémon angegriffen. Ich kämpfe jetzt gerade weiter, weil es ist eh ein Doppelkampf. Ich kämpfe eh nicht alleine. Und ich streng mich noch nicht mal an. Aber das Atmorae macht den fertig. Interessant wäre es, wenn dein Mitstreiter das letzte Pokémon klatscht, du dir einen Turm Kick verfehlst und damit dein letztes Pokémon umbringst. Ich glaube, das geht nicht, weil meine Attacke würde erst gar nicht ausgeführt werden, weil der Gegner schon besiegt ist. Der Kampf hört dann auf. Ziemlich sicher. Weil wir hatten es hier schon mal, dass ich hatte nur noch ein KP und war vergiftet. Und eigentlich ist ja, nachdem ich eine Attacke mache, kriege ich Schaden durch Gift. Und ich habe den Gegner besiegt. Der Gegner ist K.O. gegangen. Und ich habe den Kampf gewonnen, obwohl ich ein KP nur noch hatte mit Gift. Eigentlich hätte mir das Gift des einen KP wegnehmen sollen. Was heute, glaube ich, so wäre, dann hätte ich den Kampf verloren, weil wenn beide draufgehen, verliere ich trotzdem. Aber hier hört der Kampf einfach auf und ich nehme keinen Schaden wegen der Vergiftung. Hier, wir müssen einfach nach da gehen. Ich verfolge die jetzt einfach. Aber zuerst ein bisschen Drogen für Flambyrix. Es braucht Drogen jeden Tag. Es braucht Drogen. So viel es mag. Es braucht Drogen. Dann geht es ihm gut. Es braucht Drogen. Dann fühlt es sich wie ein Drennungshaus. Also hier gibt es auch keine Arena. Das heißt, erst Twindrake. Hatte Twindrake nicht die Drachen-Arena? Die könnte auch schwierig werden. Wobei, viele Drachen sind Flug. Da kann ich Walzer machen. Ich hoffe, das Rätsel ist anders. Es war ein krankes Rätsel. Es war nicht schwer, es war nur anstrengend. Da muss ich sauf viel gehen für das Twindrake-Rätsel. Die Rosalia ist so... Oh oh. Wer ist Champ? Wo ist N? Ich weiß es nicht. N ist mit Reshiram davon gedüst. Die Schallwand durchbrochen. Dann hat es auch N durchbrochen. Jetzt düst Reshiram durch die Luft, ohne... ...geführt zu werden. Ich habe dir gestern extra nicht gesagt, wer Champ ist. Ich weiß immer noch nicht, wer Champ ist. Reflektor. Nein, nein, nein. Ist der mittlerweile hauptberuflich Streamer? Ich war ab der ersten Sekunde hauptberuflich Streamer. Ich habe noch nie als Hobby gestreamt. Macht mir das nicht nach. Gibt es überhaupt einen Champ? Ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Nice. Mächtiges. Scaraborn braucht... Moment, Scaraborn hat eine Mega-Entwicklung. Die gerade in Go ist. Pinsir braucht eine Mega-... Moment. Nee, Pinsir hat keine Mega-... Doch. Nein, Pinsir hat keine Mega-Entwicklung. Xerox hat die Mega-Entwicklung. Pinsir ist komplett unbefleckt. Unberührt. Pinsir hat eine Mega-Entwicklung? Äh, äh, ähm, ähm... Pottrott. Das sind doch Tamping-Jongs. Die will doch keiner da rum. Kämpf gegen mich! Ich sag, ich bin selber der Champ. Ich besiege mich selber. Ich mein, das ist das Logischte. Bye, Gemstone. Have fun with your Onlyfans. Exclamation point Onlyfans. Exclamation point OF if you wanna see mine. Hallo, Hausbärchen. Im Moment, Linfu ist eben kein Psycho. Ich habe mir heute eine derbe geile Bananen-Vanille-Mail-Shake gemacht. Ich könnte mich da reinknien. Ich habe mir heute auch ein Bananen-Shake gemacht. Aber ohne Vanille. I don't know if I'm bringing trash outside. Counts as having an ORF, but you do you, my man. You do you. Oh, oh, oh. There's a kink for everything. Everything. Wer, wer ist hier eigentlich? J-Gamer. Du bist ein Turtunator. Aber die belüchtige Frage ist, was ist das hier? Relikant. Easy. Ein Witz. Relikant. Dorfbrücke. Was geht hier ab? Tennisspielerin. Bam, 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 bam. In welchen Spielen kann man Sigart fangen? Sechs und sieben. Inzwischen haben die Gegner Level 44. Und Schwert und Schiff. Warum schreibst du einfach wrong happens? Du musst dann schon weiterschreiben. Was meinst du? Du kannst hier einfach sagen wrong. Löscht doch lieber mal das Cunt aus dem Chat. Als zu sagen, dass ich falsch bin. Falsch liege. Falsch. Schwarz-Weiß-2 haben alle Trainer eine Free-Battle-Animation bekommen. Not so fun. Pokémon Schwarz von allen Spielen das Schlechtste meiner Meinung. Aber du hörst doch Leo. Leo. Warum enttäuscht du mich so mit dieser Aussage? Leo. Dir wurde... Dir wurde der Name in die Wiege gelegt. Und das fängst du an mit diesem Namen. Schlechte Meinungen haben. Darf ich kurz meinen Twitch Ich grüßen? Nein. Warum bin ich jetzt wrong happens? Schreibst du mich einfach wrong. Ich will wissen, X, Y, Sonne, Mond, Schwert und Schild. Da kann man Siegart fangen. Warum hast du wrong geschrieben? Ich glaube jetzt gerade, dass ich falsch liege. Weil du Gen 8 vergessen hast. Es ist nicht wrong, wenn ich was vergesse. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe hier gerade in die Krasse. Und er macht geile Tunes mit einem Blatt, oder? Fie, Fie, Fie. Sag mal deine Pokémon. Flambirex. Sind meine Pokémon. All das für einen Sonnobonbon. Aber ist okay, das lohnt sich. Das Lied hier hört sich an, als ob jemand irgendein bekanntes Pop-Lied in den MIDI-Generator gesteckt hat. Und jetzt haben wir hier so ein MIDI, keine Ahnung, Jason Darulo-Lied. Nach 999 Siegen wird dieser Kampf die Krönung meiner Kirche kämpfen. Okay. Tausend Siege am Stück. Da ist noch einer, der singt unter der Brücke. Gibt er mir was? Würde die... Wenn du in dem Ort alle vier Musiker ansprichst, ist die Musik extrem schön. Oha, okay, okay, okay. Mach ich. Der mit dem Blatt zwischen den Lippen ist auch ein Musiker. Brüller, jetzt! Auf Level 55 lerne ich Brüller? Für was? Oh oh. Sehr schneller. Sehr gut. Bisschen schwarz-weiß eigentlich in dieses ganz tolle Haus eingelaufen. Falls du fragen musst, welches, warst du nicht drin. Nope. Keine Ahnung, was das ist. In ein ganz tolles Haus. Tausend Siege in Folge versuchte. Wahaha. Okay, Musiker. Muss ich in die Häuser gehen für die Musiker? Da ist niemand. Da ist auch niemand. Auch niemand. Auch niemand. Auch niemand. Irgendwo steht einer, der singt. Ich suche, ich suche. Das ist etwa Elden John. Was im Hintergrund läuft schon, gell? Rocketman. Der da? Was ist das für ein geiler Laden hier, wo all die geilsten Items rumliegen? Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Mathes. Hat es nur Baschufteln. Ist Basch... Ist Basch... Ist Baschuftunlicht? Wahrscheinlich. Ne. Quatsch. Ist auch nur Wasser. Warum sind hier so viele Monotypen unterwegs. Warum sind hier so viele Monotypen unterwegs? Wir kriegen niemals Taylor Swift. Irgendwelche Swifties hier. Dave, bist du ein Swifty und willst deswegen Taylor Swifty? Kannst du meinen Sohn Ledion grüßen? Der mag deine Videos. Hallo, Ledion. Dein Vater hat einen sehr guten Namen. Aber du musst ihm noch beibringen, dass Schwarz-Weiß eine sehr gute Gen ist. Du wächst nicht auf mit dem Gedanken, dass Schwarz-Weiß schlecht ist. Ich bring dir was anderes bei. Der da. Singen. Aoi. Hallo, Itachi. Ein was? Ein Swifty. Ist doch kein Swifty. Haben wir keine Swifties hier? Hört niemand fanatisch... Taylor Swift? Niemand hier. Alter, das ist krass. Top-Shots. Hat schon gute Songs. Ich kenn genau ein Lied von ihr. Ich kenn's wahrscheinlich mehrere, aber mir fällt auch nur eins immer ein. Gen 1 und Gen 2 sind die Besten. Gen 3 ist die Beste. Wir müssen noch viel lernen. Horshin? Ich Horshin. Klingt ziemlich dumm. Aoi. Aoi. Hi, Eva. Eva. Tier 2. Danke. Oh, Sondermeer, oh mein Gott, PTSD. Ich habe meine Angst bekämpft. Chuck Morris, du bist ein Skunkapu. Das war's, oder muss ich... Ah, eher noch. Du hast, Skunkapu. Und Raya, oh, uh, die Kid-Reihe. Die Kiddies. Oh, was machen wir denn jetzt? Ich walze durch. Oh geil, wenn ich Surfer mache, treffe ich meinen Flambyrex nicht. Was immer den weitesten Weg nicht gehen kann. Nein. Wie ging das denn jetzt? Uh. 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 Das könnte, das könnte, uh. Wie, das könnte schwierig werden. Wombs, guck mal da so riesig. Guck mal, da ist es so riesig. Ähm. Welches ist welches? Was ist das da? Uff. Ich muss Donnerschlag lernen. Donnerschlag paralysiert, glaube ich, auch, wenn man Glück hat. So, und jetzt walzt über die anderen drüber. Stopp. Ah. Komm, jetzt kill das eine Elikid da, was weiter weg ist. Und Flambyrex walzt da jetzt drüber. Mal schauen. Und irgendwie wird dieses Elikid jetzt besiegt von einem Hyperzahn. Aber du hältst davor noch ein Donnerblitz aus. Nein. Oh nein, nein, aber dafür werde ich nicht getroffen und walze jetzt über das Elikid drüber. Wenn das geht... Oh, das geht. Der ist automatisch in die Mitte gegangen, ohne dass es als Runde zählt. Krass. Perfekt aufgegangen, wie ich das geplant habe. Genau so habe ich es geplant. Und bitte, der andere muss mich jetzt in Ruhe lassen. Hilfe! Oh Gott. Gibt es noch mehr? Fünf Leute soll ich ansprechen, die singen, also die Musik machen? Ein Gespenst. Da ist ein Beatboxer jetzt dabei. Gibt es hier eigentlich kein Pokémon Center? Oh oh. Ich meine, es ist ja nur eine Brücke. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe hier gerade was anderes gehört. Ich muss mich zuerst heilen gehen. Aber man kriegt ja eh nichts dafür, oder? Da kommt keiner und sagt, hier hast du zehn Meisterbälle. Vier Leute gibt es. Also habe ich drei... Oh Gott, eine Züchterin. Wie? Es gab kein Pokémon Center? Da drin muss jemand leben, der mich heilen kann. Kann ich in die Häuser auch gehen? Nee. Nur die, die man sieht haben Türen. Heil mich. Heil mich. Heil mich. Heil mich. Ein Strepoli hat diese Brücke hier errichtet. Oh, die Musik ist wieder normal. Man muss das in einem alle ansprechen. Lass uns kämpfen. Nein. Ich kann nicht. Ich bin tot. Es muss hier was normales geben. Es kann nicht sein, dass es hier nur Kämpfer gibt. Du hast heute an einem, in einem Perle und Diamant. durchgespielt. Das ist zu krass, Dave. Okay, ich komme... Ich komme nicht... Okay, dann mache ich jetzt entweder einen Hypertrank. Aber die Züchterin wird mich safe ansprechen. Und jetzt kommt der Züchterin. Jetzt kommt der Züchterin. Das ist schön. Ich bin... Also... Ich muss hier ein bisschen sagen. Ich bin... Was... Ich bin... Ich bin... der stirbst muss den ganzen weg zurücklaufen ja das muss ich ja eh oh oh ah auf Kirkirkirkirkirk wäre das hier ernsthaft der Kampf? mitten auf dem Weg? läuft das nicht weg? aber warum sind die so seltsam? die Ritter. Okay, und jetzt ist es für immer weg. Okay, der Weg war doch nicht so schwer. Twin Drake. Ist hier die Erinnerleiterin wieder? Das war ja, das habe ich gar nicht gewusst. In Schwarz ist es ja der Typ und in Weiß ist es sie in der Drachen-Arena. Nee, in der Eis-Arena. Nee, warte mal. Der Typ mit diesem Eis-Bad oder diesem... War der Drache oder Eis? Doch, Drache. Der dieses Gebiss hat quasi. Der aussieht wie dieser eine One-Piece-Typ. Der war Drache, okay. Schauen wir mal, ob wir direkt zur Arena können und ob das exakt die gleiche ist. Sie sieht von außen sehr gleich aus. Sie sieht anders aus, aber es ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip. Das ist doch der Papa von dem Zahnpasta-Typen aus Purpur. Das ist doch der Papa von dem Zahnpasta-Typen aus Purpur. Okay. Keine Ahnung, ob ich eine Chance habe jetzt. Oh, sehen die cool aus. Veteran. Du sagst, ich brauche drei Versuche. Es sollte, glaube ich, nicht. Ich bin auf jeden Fall überlevelt. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, was ich mache. Die sind alle des Komplett Drache. Das heißt, Flammenwurf will einfach schlecht sein gegen den. Aber er hat nur einen Einziehen. Schneller ist er auch nicht. All meine Attacken sind ziemlich kacke, bis auf Flammenwurf. Ich könnte echt mal gucken, ob ich irgendwie andere Attacken kaufen kann, wie Gigastoß zum Beispiel. Ich mache trotzdem Flammenwurf. Okay. Nicht sehr effektiv, aber hallo. Und wie ist es bisher? Hab die Spiele bis jetzt auch nur auf dem Emulator gespielt. Ich spiele zum ersten Mal. Ja, es ist halt wie schwarz-weiß. Aber es ist halt einfach eine andere Story. Aber es ist wie schwarz-weiß. Es funktioniert genauso. Es sieht genauso aus. Es spielt sich genauso. Also es ist genauso gut. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt groß besser ist. Außer, dass es halt den Schiller-Pin anscheinend gibt. Das hatte ich doch probiert. Ah, okay. Erst jetzt ist es freigeschalten. Donnerstag kann man mit den Stücken erlernen. Ja, rote Stücke anscheinend. Gott. Wow. Okay, das ist cool. Das ist cool gemacht. Aber was bringt es die zu besiegen? xp. Aber der Deathwing mit dem Metall-Kiefer kenne ich nicht. Aber wie heißt denn der einer der allerersten Gegner in One Piece? Der... Der... Ist das nicht sogar der, der... Der gegen den er kämpft? Auf dem... Buggy? Nein. Buggy hat keinen Metall-Kiefer. Arlong? Arlong ist ein Fisch? Crocodile? Hä? Ich rede von dem, der diesen fetten Kiefer unten hat. So wie der Lysander hier in dem Spiel. Morgan? Heißt der Morgan? Captain Morgan? Den meine ich. Der hat Zorro gefangen, halt. Und dann... Rettet Luffy ihn. Und dann auf der... Restaurant-Insel. Oder auf dem Restaurant-Schiff. Kämpfen sie. Das kleine Blühstiel. Das verbrennt. Wieso spielt der Delegator plus Schutzschild? Weil er nerven will. Wehe. Lysop? Äh. Oder hat bestätigt, dass ein Strohhut-Member sterben wird? Ich hoffe. Lysop. Ich glaub dir kein Wort. Ich glaub nicht, dass Oder bestätigt hat, dass ein... Strohhut-Member sterben wird. Warum sollte er das bestätigen? Wie dumm wär das denn? Oder hat noch nie irgendeinen Spoiler rausgehauen? Oder hat nix bestätigt? Ja, oder? Es wär so dumm. Oder ist sowas von... Sagt nie irgendwas über Story, was passieren könnte. Und dann soll er das sagen? So ein Quatsch. Nice. Das heißt... Der kann immer noch brennen. Ein Delegator kann immer noch brennen. Schutzschild. Nice. Das war meine Hoffnung, dass das funktioniert. Dass man mehrere Schläge macht. Und die dann durchgehen. Das ist cool. Das wusste ich nicht, dass der Delegator vorher kaputt gehen kann. Rechts erwartet dich ein Dreierkampf, links dagegen ein Reihumkampf. Wie wärs wenn ich beide mache? Aber wie komm ich hier wieder raus? Einfach jetzt wieder runter? Hatte der Rauhaut und Beulenhelm? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin viel zu gut. Das Internet sagt, dass Oder sagt. Aber mein Schulfreund hat gesagt, dass Oder gesagt hat, dass der Background Artist von Oder gesagt hat, dass er Lusop sterben sehen will. Leg mal die anderen weg, dass wir gar nicht erst in Versuchung kommen, die anderen zu benutzen. Meine Vm Sklaven. Aber kann schon sein, dass ein Strohhut ein Nakama drauf gehen wird. Ich finde es sogar ganz cool, wenn es Brock wäre. Weil dann können sie es auch schön machen, dass es eine Erlösung für ihn ist. Nach den Hunderten von Jahren oder... Wie alt ist Brock? 300? 800? Lusop raus, Katakuri rein. Okay. Moment, dann kann ich aber den Drei-Um-Kampf gar nicht machen jetzt. Das geht. Also Verox hat alles geklappt. Es ist alles gut. Es ging jetzt schnell. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hebel 57. Ich bin jetzt stärker als ich war in weiß und schwarz. Hallo Hikaru. Erhöht die Kraft von Drachenklaue? Was ist das für eine Beere? Drachenklauen Beere? Schadrago ist ein Problem. Es hält zu viel aus. Ach komm, nur zweimal? Ist doch ein Witz. Ich kann es schaffen. Wenigstens beim zweiten Mal ist die Beere weg. Bye. Drachenjuwel? Die kann man essen? Okay, ich muss drei Pokémon dabei haben. Jetzt checke ich es. Okay, dann gehen wir wieder. Ich muss eh zurück. Oder kann ich das umgehen, indem ich einfach nicht drei Pokémon dabei habe? Und dann lässt er mich einfach durch? Niemals. Das könnte schwierig werden. Drei Drachen Pokémon und ich habe zwei unterlevelte. Und eins, was nur Feuer macht. Das mache ich lieber. Aber drei Rumkampf ist besser. Weil dann muss ich nur gegen eins kämpfen. Bei drei gegen drei muss ich wirklich. Da sind alle drei dauernd. Da können alle drei auf einmal angreifen. Jetzt habe ich vergessen, was er gesagt hat. Ich glaube rechts war drei Umkampf. Es gibt 17 Juwelen. Etwa für jeden Typen einen. Außer was? Ich rede nochmal mit einem, um zu schauen, wo der drei Umkampf ist. Ich glaube der andere ist echt zu schwer. Okay. Damn. Hey, links. Okay. Es gibt kein Feenjuwel. Es gibt auch kein Feen-Item, das Fee verstärkt, außer die Feentafel. Gott. Und wir bleiben da einfach so drauf? Schuss. Die Drachenarena. Hier ist die Drachenarena. Cooler. Das Labyrinth im ersten Teil war ein bisschen nervig. Aber sie trotzdem beide sehen cool aus. Aber das hier ist richtig cool. Ich glaube, Lysander wird ein Max-Ax haben. Und ein Shadrago. Und ein Trickfall. Nice. Der macht jetzt einfach wieder Drachentanz. Milzer ist wahrscheinlich One-Hit. Oh, Volltreffer! War das kein Volltreffer? Das war kein Volltreffer? Wie ist das tot? Oh mein Gott. Hä? Ich habe gerade schon die ganze Zeit Schafhaxe besiegt und die waren nicht ansatzweise tot. Warum? Der Handel muss weg sein. Der muss weg sein. Die Fee-Feder im Kitakami DLC. Da ist sie aber dann neu eingeführt worden. Oh, come on. Habe ich dich nicht geheilt? Kann das sein? Habe ich vergessen, mich zu heilen im Pokémon Center? Warum war ich auf einmal tot? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ja, das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht. Andi, Andi, Andi. Du bist ein Kapilz. Wäre Stärke besser? Stärke ist gleich besser. Ach, Stärke wäre besser. Lass mich noch eine Stärke machen. Vielleicht schaffe ich es. Superzahn und dann Hyperzahn. Rauhaut. Autsch. Überlebe! Du könntest überleben. Oh, schade. Das war unfair. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich war sicher... Ach, deswegen waren die weg. Weil ich im roten Bereich war und somit war Großbrand aktiv. Deswegen waren die mit dem One-Hit weg, alle. Cooles Strat. Problem nur, wenn Shadrago einen dann einfach besiegt. Hallo, Ali. Kann man Ninja-Turm in Schwarz 2 besitzen, ohne zu tauschen? Weiß ich nicht. Google it. Vielleicht hätte Hyperzahn gekehlt. Ich glaube nicht. Noch einmal. Wie baut man sowas? Das ist ein 3D-Drucker. Wie geht es? começa mit Jarogon? Ichalone 3-Druck. Why? Ich sage euch nichts. Kann es nur noch blacks erkennen, ich baige dich. Ich sage euch sehen, wöööung. Ich sage euch, nicht die Abwechung. Ich sage euch, Ich sage euch das was footprinter rohode. Oh, er dreht nicht. Auch interessant. Er dreht immer noch nicht. Der hat keinen Drachenjuwel. Google halt, wie man sowas baut. Ich glaube, da gibt es keinen Google. Ich glaube, das bräuchte ich nicht googeln. Bio-Boider, hallo. Willkommen zurück. Soll ich mich heilen? Oh, Milza ist, Milza, Milza ist weg. Schaffe ich es auch, mich zu heilen? Schafax, glaube ich, killt mich nicht. Macht vielleicht sowieso wieder einen komischen Drachentanz. Vielleicht macht es Drachenklaue. Ich bin gerade so wahrscheinlich nicht im Großbrandbereich. Wobei, noch lange nicht. Aber es war dumm und hat Drachentanz gemacht. Was ist, wenn Lysandas Kampf auch ein 3 im Kampf ist? Nee, das würden sie nicht machen. Machen sie das? Würden sie das tun? Soll ich mich wieder heilen gehen? Soll ich mir den Kampf anschauen und einfach durch den Kampf sterben? Dann bin ich schneller. Nee, dann fülle ich Geld. Hallo, oder Jay? Okay. 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 Ähm, ne, ich speichere davor. Und sobald mein Flambierix tot ist, soft reset ich einfach. Ich hab keine Holzkohle. Und sobald mein Flambierix tot ist, soft reset ich einfach. Drache. Resistent gegen Feuerattacken. Was hat der jetzt für ein Level? 46. Der Beißer von... Der sieht schon cool aus. Der Beißer von James Bond. Ne, der hat goldene Zähne. Er fängt mit Shadrago an. Ähm... Wobei, vielleicht ist das... Doch, weil wenn er jetzt hier Haupt-Hypertrank macht... Gegen Ding kann ich wenigstens Armstoß machen, wenn er Trickefallo hat. Aber ich glaub gar nicht, dass er Trickefallo hat. Aber er hat drei Pokémon. Shadrago... Aber ist das nicht zu krass? Shadrago, Maxaxx und Trickefallo? Ist ja doch viel zu krank. Wie ist es eigentlich Drache schwach gegen Drache? Ich glaub, weil die in Gen 1 einfach keinen anderen Weg hatten, Drache auch nur irgendwie... Anfällig zu machen. Warum ist Geist gut gegen Geist? Shadrago... Das ist nix. Macht er Übertrank? Nein... Sehr gut. Shafaxx bloß. Hey... Das dritte Pokémon wird dich wundern. Libeldra? Wow! Ein Gen 3 Pokémon in einem Gen 5 Spiel. Wer hätte es gedacht? Leichtes Problem jetzt aber. Leichtes Problem mit diesem Libeldra. Ist das jetzt viermal resistent eigentlich? Ne, weil Boden ist nicht resistent gegen Feuer. Das Flammenwurf machen. Oh, das wird schwierig. Es ist auch noch schneller als ich. Oh Gott. Aber es ist nicht ganz so stark die Attacke. Okay. Aber es ist schneller als ich, obwohl ich 11 Level höher bin. Aber Flammenwurf viel zu gut. War das gerade ein Falltreffer? Nein. Warum war Flammenwurf so gut? War das eine schlechte Spezialverteidigung? Ach gut, das stecke ich weg. Oh, das ist so eine Austauschattacke. Ja, das ist jetzt blöd. Das macht es sogar schwieriger, würde ich sagen. Ich hätte doch nicht die drei Pokémon. Verdammt. Okay, ich mache es mir schwieriger dadurch. Aber ich tausche jetzt sofort wieder ein, was schwieriger ist. Einfacher wäre jetzt einfach zu warten, bis er tot ist. Aber ich tausche direkt zurück, was das Ganze schwieriger macht. Endzorren wäre besser gewesen. Warum? Ich kämpfe nicht mit den anderen. Ernstorren. Echt, Libelly ist langsam? Warum war das denn so stark? Warum war das denn so schnell? Lombirex, 65. Ja, aber 11 Level mehr. Oh komm, wird es irgendwie mal stärker? Das war gerade eben nicht so stark. Soll ich rausgehen und meine drei Pokémon weglegen? Das mit Drachenroth ist gemein. Ich geh raus. Ich habe keine Experten googelt. Ich habe auch keine, was auch immer du noch vorschlagen möchtest. Das, was wir haben, das haben wir. Adcraft hat meine SP gesenkt, das habe ich nicht gesehen. Dann ist das natürlich logisch. Aber wenn die Drachenroth mich nicht ausgetauscht hätte, hätte ich... ...er ist wahrscheinlich geschafft. Zumindest Ligeldra. Das ist unsere erste Arena heute. Ich komme so langsam voran in diesem Spiel. Leo sammelt keine Kampf-Items. Ich sammle alles, was ich finde in diesem Spiel. Was redest du? Ich habe jedes Item aufgesammelt und bin sogar oft Umwege gegangen, um gewisse Items aufzusammeln. So nennt man das halt, das Spiel blind durchzuspielen. Reflektor und Lichtschild hätte ich noch als Vorschlag. Was sind das für dumme Vorschläge? Okay, ich bring meinem Flambirex kurz Reflektor und Lichtschild bei. Warum überhaupt Vorschläge? Lass mich doch einfach den Kampf jetzt gewinnen. Als ob ich Probleme hätte, den Kampf zu gewinnen. Oh nein, ich werde es niemals schaffen, Lysander zu besiegen. Es sieht unmöglich aus. Nachdem ich Ligeldra einfach 80% des Lebens abgezogen habe mit einem Flammenwurf. Ja, Pokémon ist gleich. Willst du es durchspielen, haust du einfach drauf. Du brauchst null Taktik, um Pokémon durchzuspielen. Feenschloss ist noch der beste Vorschlag. Aber er sieht schon sexy aus, der Lysander. Hab ich gespeichert? Fuck. Ich glaub ich hab nicht gespeichert. Ach nein? Egal. Ich bin etwas Grund. Bis gut bei mir. Perfekte 200kp, ey. Sagt das jedes Mal, die Spezialverteidigung? Ne, ne? Das ist jetzt einfach... Das war Pech. Okay, sehr gut. Gib ihm hart! Ich bin schneller! Warum bin ich schneller? Sehr gut, mach mehr davon. Oh, da wird gar nichts gesenkt. Ich bin schneller. Warum bin ich schneller? Ich hab kein Level abgekriegt. Die Belldraht schlechtere Steps vielleicht? Nee. Wenn ich jetzt nicht auch schneller bin. Oh Gott. Das war so klar. Das war so klar. Verbrenn es doch mal. Wie wär's damit? Danke. Muss es nur laut aussprechen. Was? Nee, ich glaub, das reicht nicht. Die Verbrennung war grad echt fett. Ich glaub, das reicht nicht, wenn ich jetzt Flammenwurf mache. Reicht es? Oh, ich glaub, es reicht nicht. Es ist gerade so über den Punkt drüber. Es war echt viel. Nee, wir spielen sicher. Drachenrute hat minus eins Prio. Dann war das gerade eine sehr gute Entscheidung. Macht Armstoß nicht mehr. Warum sollte es? Kampf ist nicht gut gegen Boden. Erdkräfte, ja. Minus eins, deswegen. Dieses eine minus eins reicht vollkommen, dass es schneller ist. Aber I gotcha. Kampf ist neutral. Eben. Und solltest dann mehr Schaden machen. Armstoß macht 30. Hat eine Stärke von 30. Mein Flammenwurf hat eine Stärke von 90. Und hat Stab. Flammenwurf, es muss so viel besser sein als Armstoß. Hat er geklappt? Ist doch alles gut. Und jetzt kommt wahrscheinlich... Ach, sechs. Jupp, 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 jupp. Das ist jetzt nur ein Problemchen. Wahrscheinlich macht er jetzt erstmal Drachentanz. Dann macht er... Keine Ahnung. Drachenklaue. Drachenrute. Das ist sehr dumm. Aber ziemlich stark trotzdem. Verdammt. Ich bin schneller als Maxax. Nice. Drachenrute. Er ist dumm. Okay. Aber ich träume trotzdem nicht. Macht er jetzt nur Drachenrute? Der hat doch etwas stärkeres als Drachenrute. Feuer ist nicht so effektiv. Ich weiß. Aber ich habe eine 90er Stärke. Mit Stab. Gegen etwas nicht effektives. Versus eine Kampfattacke, die 30 Stärke hat. Und vielleicht auch nur einmal trifft. Und, 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 und. Ich habe Stab auf Kampf. Okay, ich habe Stab auf Kampf. Trotzdem mache ich es nicht. Weil es funktioniert, wie ihr seht. Es funktioniert. Dafür kann ich nichts. Das nehme ich in Kauf. Das nehme ich in Kauf. Wollen wir das testen? Wollen wir? Ich teste es gerne mit Armstoß jetzt. Ich glaube, Armstoß ist schwächer als Flammenwurf. Armstoß hat auch noch physisch. Das stimmt. Weil ich bin eher ein physischer Kämpfer. Aber ich glaube trotzdem, dass Armstoß nicht besser ist. Ah, Volltreffer. Kann man nichts machen. Ich hätte den Locker besiegt gerade. Ah, der Volltreffer. Giga-Stoß wäre cool. Oder Nahkampf wäre cool. Alles Sachen, die ich mir wahrscheinlich schon holen könnte. Mein Nahkampf ist wahrscheinlich weit irgendwo im Endgame versteckt. Also wenn du die ganze Zeit nur zweimal triffst, naja. Ne, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache jetzt Armstoß. Wenn ich nicht gewinne, seid ihr schuld. Was hast du denn für Items? Äh, nur die, die mir deine Mutter gestern Nacht gegeben hat. Kannst du aufhören zu nerven. Oh mein Gott. Ich glaube, heute war das letzte Mal, dass ich auf YouTube live gehe. Weil heute war jede Nachricht auf YouTube eine Nachricht, die nervt. Jede einzelne. Warum könnt ihr nicht einfach aufhören, Backseat-Gaming zu machen? Macht wenigstens gutes Backseat-Gaming, was mir hilft. Du siehst doch, dass ich diesen Kampf gleich gewonnen habe. Warum soll ich jetzt irgendwelche Items-Farmen gehen, die mir den Kampf leichter machen? Ich kann auch einen X-Angriff einsetzen oder X-Tempo. Aber es geht doch. Lass mich doch mal ein Spiel spielen. Äh, was haben wir gesagt? Armstoß. Schauen wir mal. Einzeln schon mal schlechter. Zweimal genauso wie Flammenwurf. Und jetzt ziehe ich die einfach richtig. Ich mache die ganze Zeit jetzt nur zwei. Warum macht der Biss? Oh mein Gott. Ich mache jetzt die ganze Zeit nur zwei, ja, sage ich mir. Zwei. Drei. Drei. Drei, okay. Bisher wäre Flammenwurf genau gleich gelaufen. Ah, nochmal. Hypertrank. Ah, das ist blöd. Flammenwurf hätte den Hypertrank nicht machen lassen, weil ich noch nicht so weit wäre. Aber vielleicht ist es besser, dass ich hier Hypertrank bekomme. Wenn jetzt viermal Armstoß kommt. Schade. Gleiches Ergebnis mit Flammenwurf im Moment. Aber ja, es ist besser, wenn es dreimal trifft. Wenn. Wenn es nur einmal, okay, es trifft immer zweimal. Wenn es zweimal trifft, ist es gefühlt genauso wie Flammenwurf. Aber, meine lieben, Flammenwurf verbrennt. Und wenn es verbrennt, dann sind die Attacken schwächer und es verbrennt. Also, liebe Äldre, Verbrennung war schon sackengut. Aber ich ziehe es durch. Ich ziehe es durch. Wir machen jetzt einfach Armstoß. Die Verbrennung nur mit zehn Prozent. Ja, aber vorhin war liebe Äldre verbrannt. Das war schon gut. Hallo, Kasper. Gegen Erdkräfte bringt die Verbrennung ja nichts. Ja, aber Max sagt es. Keine Ahnung, was der noch alles gemacht hätte. Ich kann dich auch auf Twitch nerven. Okay. Dann komm rüber. Schade. Armstoße hat mir nicht so gefallen. Ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht so gut an wie Flammenwurf. Findet ihr nicht? Das fühlt sich komisch an. Ich könnte jetzt sagen, ich kann es so oft probieren, bis ich Glück habe. Und Fimwa Armstoße mache. Armstöße. Chicken Wings hatte ich gestern. Hallo, Patrick. Was ist dieser Uwo-Hype? Habt ihr nie verstanden? Uwo? Hast du nicht gerade selber Uwo geschrieben? Warum fragst du das? Hast du nicht angefangen, Uwo zu schreiben? Das ist kein Hype. Uwo existiert seit das Internet existiert, glaube ich. Nee, Daddy-Meme hat nichts mit Uwo zu tun. Daddy-Chill hat nichts mit Uwo zu tun. Ist ja nicht so, dass wir so viel weiter mit Flammenwurf kamen. Doch. Ich war bei Maxax. Ich glaube, die Verbrennung und die Sicherheit, dass ich immer... Der Hype-Trank hier war schon nicht schlecht. Vielleicht mache ich hier Armstoße und bei Libeldra dann Flammenwurf. Hat vorhin nicht Flammenwurf sacken viel abgezogen bei Libeldra? Was war da los? Der Hype-Trank hier ist vielleicht ganz nice. Beim Schwächsten den Hype-Trank einsetzen. Das ist angenehm. Nice. Ja, wenn das passiert, ist das auch okay. Aber Flammenwurf. Aber wo ist... Der Hype-Trank? Ich zieh durch. Armstoß. Das sieht so aus aus. Oh. Oh. Oh, Volltreffer. Oh. Schade. Das wäre jetzt Hyper-Overload gewesen. Wenn der noch gekillt hätte. Aber es macht Hype-Trank. Verdammt. Boah, das wäre so gut gewesen. Wer redet denn sonst Schluss im anderen Chat? Ich habe vorgelesen, was Dave geschrieben hat, Mariko. Ein paar Zeilen über dir. Okay, wir machen es weiter. Vielleicht haben wir jetzt wieder so Glück. Oh, nice, okay. Ja, ich könnte einfach eine TM holen für Kampf. Oder ich will auch Gigastoss ihm beibringen. Gigastoss kann ich für 10.000 kaufen. Kann man alles machen. Also Dave hat recht. Dave hat recht. Es ist besser. Es ist besser. Wie wir sehen. Es ist besser, diese Attacke zu machen als Flammenwurf. Aber wir haben auch gerade Glück mit den ganzen... Dass er zweimal, dreimal Volltreffer, was nicht alles macht. Ziehen wir durch. Ziehen wir durch. Ziehen wir durch. Ziehen wir durch. Wir ziehen durch. Oh. 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 Er macht wieder Drachenrute, weil ich bin schneller. Oh nein, er hat eine Beere. Das macht alles kaputt. Zweimal bloß. Uff. Jetzt wieder ein Volltreffer kommt. Das ist blöd. Da musst du auch Karten... Ne. Zu viel Geld für Papier. Zu viel Sucht dafür, dass du niemals alle Karten haben kannst. Okay. Einfach viermal. Vielleicht reicht es sogar dreimal. Reicht's. Es reicht. Ja, es war die Strat. Es war die Strat. Mit dem, was wir hatten, war Armstoß die Strat. Nee, ich hatte vollkommen recht. Hey, guck mal. Ohne Holzkohle. Ohne was nicht alles. Einfach locker besiegt. Ohne Glück. Vielleicht ein bisschen Glück. Der eine Armstoß war krass. Aber dann Hypertrank. Hm. 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 Ich geh mir jetzt, glaub ich, echt Gigastoss kaufen, weil ich werde Psycho in der Top 4 bekämpfen müssen. Aber solange ich schneller bin und Gigastoss draufkriege, sollte das, glaub ich, sehr gut sein. Kosmama, du bist ein Psyaner. Ich will noch, ich will noch die letzte Arena schaffen. Dann können wir vielleicht die Top 4 morgen machen. Vielleicht. Aber das ist, glaub ich, ein ewiger Weg noch. Da kommt jetzt die ganze Q-Ram-Sache. Ich geh mal kurz gucken. Wo ist er? Was habt ihr hier für TMs? Keine. Ich guck kurz, wo gibt es Gegenstoß? Ich glaub, da wo Donnerwelle war, war Gegenstoß. Spricht irgendwas gegen Gegenstoß? Ihr seid so still, wenn ich Gegenstoß sage. Was für eine TM ist das? 66. Route 16? Will ich es nicht kaufen? Holzkohle ist auch auf Route 16. Hinter dem Stärkefelsen nahe dem Eingang zur Wunderbrücke. Oh, da kann ich hin. Und TM 66. Ah, nee, das war weiß. Nee, Holzkohle gibt es hier nicht. Hinter dem Stärkefelsen. Ah, da wo Holzkohle ist, ist jetzt Gegenstoß. Okay. Das kann ich mir holen. Gegenstoß. Warte, zeig mal die Stats von Gegenstoß. Füße, Stärke 50, 100. Die Stärke der Attacke verdoppelt sich auf 100, wenn der Anwender nach dem Ziel agiert. Das heißt, das ist eigentlich so wie die Attacke, die ich gerade habe. Dabei muss ich nicht verletzt werden. Okay, das ist schon mal auch geil. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Vogel Rückenwind macht, dann mache ich Gegenstoß und mache 100 Schaden. Was gibt es noch für schöne Unlichtattacken, die es lernen könnte? Kann es überhaupt Unlicht, kann es das überhaupt lernen? Warte mal. Das kann es gar nicht lernen. Nee, durch Levelanstieg. Wo bist du? Wo bist du? Das kann es gar nicht lernen. Warum kannst du keinen Gegenstoß lernen? Das ist doch voll das Pokémon, was ich können sollte. Flambyrex kann das gar nicht lernen. Aber jetzt ist Zeit für Donnerstoß. Donnerschlag. Was kannst du lernen? Elektroattacken, Stromstoß. Und Donnerschlag. Durch Attacken, Lehrer. Und Kraftkoloss. Durch Attacken, Lehrer. Fußkick, Kraftkoloss. Was ist Kraftkoloss? 120er Stärke, 100 Genauigkeit. Senkt den Angriff und Verteidigung des Anwenders. Lernst du nicht Nahkampf? Kraftschuss, Brüller, Flammenblitz. Es lernt nur noch Flammenblitz. Flammenblitz tut ziemlich selber weh, oder? 33% Schaden. Nee, ich will nicht Flammenblitz lernen. Aber vielleicht Feuer, Sturm. Nee. Flammenwurf passt schon. Durchbruch. Nimmst du die Ritter der Redlichkeit in die Liga mit? Nee, ich nehme nur Flambyrex in die Liga mit. Ligerstoß. Schleuder? Schleuder habe ich. Aber das ist ein Item, ne? Wird Schleuder verwendet, wirft das Pokémon sein gehaltenes Item auf das Ziel. Dieses erleidet dadurch Schaden. Die Stärke der Attacke hängt davon ab, welches Item geworfen wird. Stärke 10, Stärke 20. Ist das Item dann weg? Weiß es jemand? Eisenkugel. Alle Fuss... Man kann Fossilien schmeißen. Granitstein. Ich habe einen Granitstein. Ist das Item dann weg? Wenn ich ihm Granitstein gebe und er macht Schleuder, dann ist das nur Hunderter. Das Item ist dann weg. Warte, das muss hier stehen. In einem normalen Kampf bekommt man das geworfene Item nicht mehr zurück. Es sei denn, das Pokémon setzt die Attacke auf Bereitung ein. Daher eignet sich die Attacke eher für den Duellturm. Okay. Das machen wir nicht. Stromstoß ist auch physisch. 90 Stärke. Ist Donnerschlag nicht schlechter als Stromstoß? Sonnerschlag ist 75. Paralysiert. Wahrscheinlichkeit von 10%. Genauigkeit 100. Stromstoß ist auch Genauigkeit 100. Macht 90 Schaden. Aber ich habe ja leider Rückstoßschaden. 25% Rückstoßschaden. Oh. Wäre denn die TM in der Nähe. TM 93. Siegestraße. Das bringt mir nichts. Dann gehen wir zum... Attackenlehrer. Attackenlehrer. Ist das der Scherbenlehrer? Donnerschlag. Maria City. Wenn sie dafür Scherben bekommen. Ja, ja. Sag doch, welche Scherben? Ich will nur wissen. Also Rotscherben. Wo kriege ich die rote Scherbe her? Warum steht das jetzt hier nicht? Aber gut. Vielleicht sagt er das. Äh, wo? Maria City. Maria City. Gehe ich jetzt zuerst hin? Dann muss ich... Ja. Durch Wolken? Schauen wir mal. Flammenblitz macht nicht viel Rückschaden. Es wäre eine physische Attacke zumindest. Aber Flammenblitz, glaube ich... Äh... Macht keine Verbrennung. Wann lerne ich das eigentlich? 62. Bin ich gleich. Flammenblitz. Äh... Doch. 10% verbrennen. Er leidet selbst 33% des zugefügten Schadens. Das ist schon... Schon etwas. Schon etwas. 33%. Stell dir vor, ich one-shotte einen Gegner damit. Dann ist das verdammt viel, was ich zurückkriege. Mal schauen. Wenn es soweit ist. Mal schauen. Wenn es soweit ist. Oder... Morediven. Ja. Hier... Arthur, du bist ein Riolu. Dave, du bist ein Traunmagier. und Danu, du bist ein Duraludon und du bist gar nix warum sollst du was sein? sollst du was sein? stehst nicht in der Liste du bist nix das ist ein Octigayla Octigayla was ist mein Spirit Pokémon? Weiß ich nicht in welchem Haus könntest du sein? du bist doch bestimmt in deinem Haus, oder? das ist alles nur so große Dinger gut, ich guck nach im Heimhaus kann man es steht nicht da wo er ist cool Attackenlehre in einem Haus kann man seinem Starter Pokémon ok für Purpurstücke Purpurstücke Route 4 Route 13 und so weiter ok ich muss alle Häuser checken 70 Belohnung Seegesang das ist wie Muschelglocke das ist ein Haus sein. Das kann doch nicht in so einem... Warum sind hier so keine kleinen Häuser? Hier, ich schenke mir Popostücke und ich bringe deinem Pokémon eine tolle Attacke bei. Jaaa... Hier, okay. Uff, Donnerschlag 10, ja. Ich hab null. Mülltreffer, Fußkick, Superzahn. Okay, okay, okay. Gut. Und Leo ein Shiny gefunden? Nee, warum? Gut, dann... Machen wir erstmal weiter. Jetzt weiß ich Bescheid. Vielleicht farme ich die Popostücke. Aber jetzt gucke ich mal, was der Lysander von mir will. Wahrscheinlich gehen wir jetzt wieder in diese Drachenstiege oder wie das heißt. Leila! Oida! Oida, 40 Monate. Jetzt wird's aber albern. Sag ich schon seit 40 Monaten. Leila, Leila, Leila. Vielen, vielen Dank für 40 Monate. Darf ich dich verrückte Nudeln nennen? Hier entlang! So, da werden wir immer herein in die gute Stube. Okay, vielleicht doch keine Drachenstiege. Drachenstage. Oha. Hier können wir in Ruhe reden. Das wird ein langes Gespräch. BOOM! BOOM! Solange mir du keine zu essen gibst. Nudels. Oh mein Gott. Die Mugiwaras greifen an. Die Mugiwaras greifen an. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Die ganze Stadt verschwindet im Eis. Los, Flammenwurf. Drachenrute. Du verstehst nicht die Wechselwirkung. Komm, lass mich mal. Eis ist schlecht gegen Drachen. Hallo, was soll der denn da machen? Ciao, tot. Gut. Du hast deinen Max dazu gebracht. Gut. Guten Tag. Das war's. so können wir alle durchs eis gehen wenn ich auch durchs eis gehen nein doch hier vorbei okay die ganze stadt ist jetzt so ein eis ding ohne ich komme ich um die anderen schurken schurke die musik wird immer wilder ja das ist dein lieblings pokémon game es mag es ist einfach alle besiegen aber da unten ist noch jemand cool wie kacke ist das denn wenn dann solo starter mono starter wäre wenn es nur feuer wäre es ist ja feuer wäre wenn es aber es ist ja auch kampf geh hoch geh hoch geh hoch und rein und 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 Keine Angst, ich geh nicht weg. Warum machst du Horrorblick? Ist die Wasser-Arena sehr weit weg, wie lange müsste ich noch spielen, um bis zur Wasser-Arena zu kommen? Lässt du mich da jetzt rein? Nee, oder muss ich... Okay. Soll ich hier rein? Noch ein Stückchen? Halbe Stunde? Ich gucke auf die Uhr. Okay. 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 60, Mann. Ist es soweit? Ne, 61 war es, oder? 61. Ich glaube, ich bring mir Flammenblitz. Ich bring mir Flammenblitz bei. Ich glaube, es ist wichtiger, dass ich starken Schaden mache, als dass ich keinen Schaden nehme. Aber Flammenwurf ist schon auch angenehm. Aber Flammenblitz wäre so viel stärker. Physisch. Äh, ich will noch. Äh. Was bringt Gewissheit? Das ist eine Unlichtattacke mit der Stärke von 30, glaube ich. Und wenn ich als zweites angreife, macht sie doppelt so viel Schaden. Aber ich glaube, ich muss angegriffen werden. Also ich muss Schaden nehmen und dann angreifen selber und dann macht sie doppelt so viel Schaden. Das ist eine okaye Unlichtattacke. Ich will eine bessere noch finden, weil ich muss gegen Psycho muss ich Unlicht einsetzen. In den Top 4. Was ist das hier für ein Weg? Wo muss ich lang? Soll ich einfach die Stadt verlassen? Nee, das kann auch nicht sein. Müssen wir es hier wie richten, ey. Vielleicht kann ich da runter? Soll ich da runter? Lysander, ich habe alle besiegt. Jetzt ist nur noch Viola von den sieben Weisen übrig. Aber wo steckt es da bloß? Achso, tatsächlich in der Arena. Okay. Ähm, so. Findest du selbst heraus? Unverschämt. Mach ich doch. Und dann. Hallo Domi. Jetzt steht er sogar davor. Gott. Okay, also alle besiegen und dann steht er davor. Schmarotzer wäre ganz gut. Was war nochmal Schmarotzer? Das macht doch einfach nur Schaden, oder? Und nicht mal so viel. Ich wollte Gigastoß lernen. Dass der keinen Gigastoß kann. Ist so ein Quatsch. Aber es sieht doch perfekt aus, einen Gigastoß zu können. Vielleicht muss die Unlichtattacken noch durchgehen. Wir wissen, dass wir Donnerschlag lernen wollen. Und Flammenblitz. Und dann gibt es halt noch Verhöhner. Schleuder ist halt interessant. Aber dann muss ich immer mein Item wegschmeißen. Das ist nicht so cool. Und Attackenlehrer hat keine hat keine Geistattacke. Er hat keine Unlichtattacke. Das heißt, es gibt eigentlich nix. Es gibt nur Gewissheit. Außer ich will Schleuder lernen. Aber dann, was ist denn das beste Item, was ich unendlich habe? Dass ich schleudern kann. Aber vor allem, sobald ich im Kampf einmal Schleuder einsetze, ist das Item ja weg. Ich kann ja das Item nicht im Kampf mehrmals schleudern, oder? Es kann nicht sein, dass ich die... Aber es steht da, dass ich die Attacken... Dass ich... Ich schmeiß die Items weg. Aber schmeiß ich die weg in meinen Beutel oder schmeiß ich die komplett weg? Ich schmeiß die komplett weg. Kann sein, dass ich mit Gewissheit weitermachen muss. Ich glaube, Schleuder ist mir zu... kompliziert. Alter. Du glaubst, ich besiege... Psychotop 4 auch ohne Unlichtmove? Ich muss den schnell besiegen, weil... Wenn der eine Psychoattacke macht, bin ich weg. Schleuder ist Schrott. Ja, oder? Schwarz macht mehr Schaden, wenn der Gegner einen hohen Angriffswert hat. Ja, aber nicht physisch. Also, nur physisch. Da sind wir ja noch nicht. Wir brauchen erstmal Donnerschlag für die Wasserarena. den Eskail, was kann man wohl damit machen? Hm, hm, hm. gib ihm einfach nicht den DNS, Keil. Warum haben die denn jetzt? Was? Warum? Einfach nicht den DNS-Keil geben. Du hast Drachen. Dein Bart ist ein Drache. Warum? Können drei kleine Ninjas dir denn... Okay, es sind Ninjas. Okay, irgendwann in der Stadt sind sie. Hm. Schmarotzer... Schmarotzer kannst du nicht lernen. Ich bin gerade alle Unlichtattacken durchgegangen. Entweder Schleuder, Verhöhner oder... was ich schon kann. Also ich... Das eine... Moment. Er hat mich geheilt, ne? Ich bin okay. Ist der DNS-Keil wichtig für den DNS-Glitch? Ja. Ohne den... Kein... Kein Genesekt ohne DNS-Keil. Hm, 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 hm. Was machen wir gegen dich? Was machen wir gegen dich? Wir werfen die Flammen. Ich hab gleich... Ich... Ich lerne gleich Flammenblitz. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, ich... Ich lerne es. Ich will halt nicht jedes Mal eine Attacke machen müssen, die mir selber wehtut. Ich muss noch eine gute Kampfattacke lernen. Es ist die Frage, ob ich Walzer behalte. Vielleicht kann ich Flammenwurf und Flammenblitz einfach haben. Die kleinen... Die kleinen Feuersachen und die großen Feuersachen. Aber Walzer ist halt auch geil, wenn ich gegen... Also ich Flug kämpfe. Aber eigentlich nur gut gegen Flug. Alles andere kann ich auch Feuer nehmen. Selbst gegen Flug kann ich Feuer nehmen. Vielleicht verlerne ich einfach Walzer. Aber Walzer ist auch geil. Okay. Muss ich alle drei finden? Oh. Musik Was ist mit der Stadt links? Da waren wir noch nicht. Kann ich da hin? Ich war links noch nicht. Ist das unwichtig, was links ist? Nebayo. Da ist die Dranstiege. Moor von Nebayo. Ach, da war dieses Moor und so. Stimmt, da war diese Höhle. Und da hat dieser Typ mich nicht durchgelassen. Vielleicht könnten wir jetzt hin. Route 8, Route 9. Da ist Route 9. Wir können da eine versteckte Fähigkeit testen. Walzer hat uns schon oft das Leben gerettet in diesem Durchspielgang hier. Ohne Walzer wäre ich oft nicht weitergekommen. Allein aus diesem Grund will ich Walzer eigentlich nicht verlernen. Außer es ist irgendwas anderes richtig Gutes wie, keine Ahnung, Erdbeben oder so. Hier ist auch Eis. Hallo Itaco. Gott, 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 Gott. Hallo Madame Wunde. Ich gehe erstmal durch und schaue, ob ich bei der oben war noch was. Das war Route 9. Das heißt, hier muss irgendwo ein Versteck sein. Äh. Da. Was haben wir hier? Komm, gib mir was. Keine Teammitglieder, nur Flambyrix. Das ist ein Item. Die Items sind so ein Witz. Okay, aber hier können wir jetzt auch checken immer. Das ist nice. Ja, ich glaube, wenn, dann ersetze ich Walzer mit wirklich sowas wie Erdbeben oder irgendwas cooles, anderes. Dass ich noch mehr Abdeckung habe. Aber ich glaube nicht mit Feuer. Ich will nicht zwei Feuer attacken können. Kann ich hier nicht durch? Krass, ich komme nicht da durch. Schwarz-Weiß 2 ist sehr ein großes Durcheinander, was die Städte anbelangt, aber ist okay. Lass kämpfen. Finde ich ein bisschen geil. Ich habe als Kind nur so gespielt. Ich habe immer nur so gespielt. Er setzt mit Steinhagel. Ich muss ja nicht unbedingt eine Gesteinsattacke können. Ich meine, was ist Stein gut gegen? Flug und Käfer. Muss ich nicht unbedingt. Flambyrix kann Siedewasser lernen. Es sei gut, wenn ich wieder mal gegen Boden kämpfen muss. Ich muss nicht mehr gegen Boden kämpfen. Was war das denn für ein mickriger Kampf? Wo sind wir denn hier? Walzer wäre halt geil, wenn ich ein Igler noch könnte. Das wäre schon eine coole Strat. Ich glaube, dann würde ich Walzer behalten, einfach weil es lustig ist. Bob und Rob. Was machen die denn? Okay, die sind jetzt ein bisschen stärker. Das Item muss sich lohnen. Boden kommt in der Liga öfter als Sekundärtyp vor. Okay. Das könnte wehtun. shady. Ich bin froh, das würde gut für's. Okay. Das lamentiert uns nicht mehr. Ich bin froh. Oh ALEX. Das istiek gut. Heute noch Jamf-Fight? Nein. Das YouTube-Stream ist down, hat es denn ausgemacht? Wie lang es gedauert hat, bis jemand das merkt, liebe ich. Daran sehen wir, wir streamen nicht mehr auf YouTube. Hat mich zu sehr abgefuckt. Was war denn das heute? Heute war wirklich keine einzige Nachricht auf YouTube, gefühlt, die mich nicht entzürnt hat ohne Ende. Von Leuten, die einfach nur spoilern wollen. Spoiler ist jetzt nicht so schlimm. Aber es nervt trotzdem, wenn man... Leute verstehen rhetorische Fragen nicht. Dann halte ich lieber die Klappe, als dass ich rede und rhetorische Fragen stelle. Nee, ist alles Absicht, Eva. Nachdem wieder jemand... Dummer Jeffrey, hörst du mich? Kein Wunder, dass du gebannt wurdest vom Discord. Jede Nachricht nur provozierend irgendwie. Manche Leute merken es nicht. Dass egal was sie schreiben, es klingt provozierend. Also warum ich hab das doch nur so gemeint? Ja, aber du merkst nicht, wie du schreibst, ist provozierend. Und du willst Stress machen einfach. Und die Leute merken es vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ist okay, dann kann ich meinen Setter wieder vereinfachen. Wir streamen nicht mehr auf YouTube. Es ist... Keine Ahnung. Wie halten es Leute aus? Aber vielleicht ist es ja auch einfach nur ich so. Vielleicht... Vielleicht bin ich die Konstante, die das so macht. Hallo Eis. Ich hab's auch nicht mitgekriegt, die Taco. Erbens hat's mir nur erklärt. Okay. Dann haben wir hier ein bisschen gelevelt. Komm ich da runter? Nein. Was war das jetzt für ein geiles Item eigentlich? Ich hab's nicht mitgekriegt. Manche brauchen diese Art von Beef in ihrem Leben. Nee. Manche Leute realisieren das glaube ich wirklich nicht, dass... sie stressen. Okay. Es heißt, ich soll einfach zur nächsten Stadt gehen und dort... Team Plasma finden. Ich hole mir kurz einen Snack. Ich will noch weiterspielen. Ich hab's Gefühl, wir kommen nicht voran. Mein Flambyrix braucht heute noch eine Herausforderung. Aber wenn wir vor der Wasser-Arena stehen, dann muss ich aufhören, weil ich will nicht zehn Popo-Stücke farmen. Wir können die Wasser-Arena probieren, aber ich glaube nicht, dass ich sie schaffe. Weil ich habe auch keine Attacke, die auch... Also, Feuer? Schlecht. Gestein? Schlecht. Meine Unlicht-Attacke ist nicht gut genug. Vielleicht, wenn ich eine geile Kampf-Attacke lerne, dann komme ich gegen Wasser an. Frani! Hallo? Männlich, 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 männlich. Wie ist jetzt da steht? Ähm... Ich würde das im Real-Life auch gerne machen. Du nervst. Bann. Mein Leben wäre so viel entspannter. In welchen Situationen, weil du kannst ja einfach weggehen. Aber du meinst wahrscheinlich im Einzelhandel oder so? Warum heißt das eigentlich Einzelhandel? Und nicht Handel? Was heißt Handel? Aber warum heißt das Einzelhandel? Oh! Flammenblitz. Okay. Flammenwurf ist 95-100. Und verbrennt. Aber es ist spezial. Flammenblitz ist 120-100. Und physisch. Ich muss es... Ja, ich muss Flammenblitz machen. Also wenn ich gegen Pokémon ankommen will. In der Top 4. Ich glaube ich mach. Ja, mach Flammenblitz. Werde ich jetzt bereuen. Das werden wir irgendwann sehen. Hallo Goody. Bei der Arbeit ist das echt schwer. Zum Beispiel leider muss ich mich mit meinen Kollegen auseinandersetzen. Flammenblitz los! So dumm. Oh mein Gott. So, wieviel gibt mir das jetzt Schaden? Oh. Das ging. Hatte der so wenig Leben? Membrane? Was ist wenn ich mit einer Attacke einfach ein Hytera auf Level 100 umbringe? Dann muss ich doch sackenviel Schaden nehmen. Hallo? Hat jemals, jemals, jemand, jemals, jemand diese Briefe benutzt? Flammenblitz los. Flammenblitz los. Genau, sagst du deinen Kollegen einfach Flammenblitz los. Aber du kannst auch mit Twitch Lingo einfach reden. Hä? Bann. Mords. And that guy. Trotzdem nur 173. Ja, aber 173 ist ja trotzdem mit Sacken. Sau viel. Aber ja, gut. Mal schauen, wie weit mich der Flammenblitz bringt. Der Walzer bringt mich zum Beispiel hier wieder sehr, sehr weit. Ich liebe den Walzer. Wie er einfach funktioniert. Vor allem, wenn ich schneller bin. Bam. Walzer. Durch. Heute waren die meisten Kunden echt PP-Gas. Genau. Du sagst einfach, heute bist du wieder PP-Gas drauf. Wie komm ich da runter? Surfer wahrscheinlich. Ah, da unten. Surfer, ja. Okay. Hey, die Musikstatt. Warte, kann ich nicht einfach fliegen? Xundi. Ist auch so ein Xundi. Hört auf, Gesundheit zu sagen. Das ist unhöflich. Wir sind alle gemein. Ich soll nach Abidah, ja? Hört auf, unhöflich zu sein. Ich war unhöflich. So was sagen wir nicht. Genau. Schönheit, gesund wirst von allein. Genau. Ist mir total egal, ob das Knigge verstößt. Ich sag's trotzdem. Unhöfliches Pack. Dankeschön. Müssen wir jetzt alle auf die stille Treppe und ist es bei der Menge dann nicht eher eine stille Tribüne? Ich sag's gut, oder? Ist jetzt das hier der richtige Weg? Den Weg habe ich doch vorhin. Oder kann ich jetzt... hoch? Aber das ist doch nicht der richtige Weg. Das hat er mir gerade am Visocaster gesagt, ne? Und ich habe ihm ja nicht zugehört. Tunnel! Gargo! Dankeschön für 34 Monate. Freddy! Tunnel! Tunnel! Tunnel bauen! Wo ist der Tunnel? Oh nice! Tunnel! Hier ist kein Tunnel! Wie heißt der? M-Money Test! M-Money Test! Sag... Ruf nochmal an! Wo ist der Tunnel? Keine Keine rhetorische Frage, by the way. Wo ist der Tunnel? Wo ist der Tunnel? Was ist nicht ein sackenweiter Weg, den ich hier gegangen bin? Stimmt alles nicht. Ist alles falsch. Alles verkorkst hier jetzt. Links neben dem Durchgangshaus. Was? Da ist nix. Mama, abwischen. Lüge. Oh. Ach, da, wo ich vorher nicht durchkam. Ja, das ist logisch. Okay. I remember now. I'm member. Oh. Oh. Quabbel. Wo ist Kai-Oga? Wo ist Lugia? Wow. Soll ich mir das vorgestellt, ist es, wenn ich von Frankreich nach England durch den Eurotunnel fahre. Spoiler, ist nicht so. Man zahlt nur verdammt viel Geld und sitzt eine halbe Stunde lang in einer U-Bahn. Aber ich dachte, wenn schon Weltwunder, dann baut wenigstens ein Glastunnel, dass ich die Wale anschauen kann. Nächstes Problem, das ist nicht im Wasser, das ist im Boden. Aber egal. Eurotunnel, Weltwunder, my ass. Mann, war ich hart enttäuscht. Ja, aber irgendwie, wenn man sich's dann überlegt, ist es ziemlich dumm zu denken, dass es so ein riesiger Glastunnel ist. Ist hier Arena 8 schon? Ich dachte, ich muss jetzt erst krass gegen Team Plasma oder so kämpfen. Ja, 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 ja. Okay, Arena Leiter. Ja, blöd. Dann hab ich jetzt umsonst einen Snack gegessen, weil ich probier ihn natürlich. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig ohne Donnerschlag, aber wir können's probieren. Mal schauen, ob die alle Surfer können und mich einfach weghauen. Mal schauen, was ich noch für Items jetzt gekriegt habe. Draco-Tafel, Griffklaue, Krummelöffel, Rauchball, Seegesang. Ach, Seegesang hieß die Muschel... Ach, das ist ja tatsächlich Muschelglocke. Ich hab vorhin auch Spaß gesagt, wie die Muschelglocke. Muschelglocke hieß früher Seegesang. Ich mag Seegesang lieber. Muschelglocke. Seegesang. Hm, beides komisch. Oh ja, sonst... Ich hab auch gar keine Calcium, oder? Doch, ich hab doch irgendwo... KP Plus. Das nehm ich auf jeden Fall mal. Heilfeder... Heilfeder... Zink, Spezialverteidigung, Calcium, Spezialangriff, Eisenverteidigung. Wie sind eigentlich die genauen Stats von meinem... Flammi-Bär... Inferior-Überreste. Ja... 200 Angriff. Spezialangriff, 151, Spezialverteidigung. Krass, Verteidigung ist geringer als Spezialverteidigung? Vielleicht sollte ich ihm dann echt Eisen geben. Vielleicht gebe ich ihm einfach alles. Ich werde eh nicht... groß jetzt einkaufen gehen. Karbon gebe ich ihm. Keine Wirkung, jetzt schon? Init... Init-Wert ist Max oder alles ist Max? Krass. AP Plus. Wie viel AP Plus habe ich? Oh Gott, was? Warum habe ich so viel AP Plus? Okay, die anderen Attacken sind nicht safe. Sonnenbonbon, das ist für den Schluss. Okay. Ob das jetzt... Ob ich überhaupt zum Arena-Leiter hinkomme? Seegesang, halt deinen Rückstoß. Stimmt, eigentlich sollte ich Seegesang ausrüsten. Aber ich will extra XP haben mit meinem Lucky Egg. Nee, okay. Stimmt. Ich hatte zuerst gedacht, Seegesang ist irgendeine Wasserverstärken-Attacke, weil sie Seegesang heißt. Vielleicht haben sie sie deswegen umbenannt. Man kann doch einen Glastunnel zwischen Irland und Wales bauen. Ja, dann setz dich mal ran. Das ist nicht dumm, wir sind eben Träumer. Natürlich ist der Arena-Leiter nicht da. Da könntest du wenigstens ein paar wilde Diktas an dem Glastunnel vorbeigraben sehen. Das ist auch gut. Da ist er. Tada! Hey, du hast sicher vor dir in der Arena den Ohr inzwischen abend. Ich bin Benson, der hiesige Arena-Leiter. Das sieht sich in der Arena. Okay, das war einfach. Ein bisschen noch, wie wir in Gen 2 komplette Ampfer-Rosse heilen mussten und Inseln überqueren und Meere überqueren mussten. Und jetzt muss ich einfach nur 10 Meter nach oben gehen. Mit so einem Delfin aus dem Wasser springt. Wie heißt der Aquaman aus The Boys? The Ocean. Ne, wie heißt der? The Finn. Ne. The? Irgendwas. The. Wie heißt Aquaman aus The Boys? The Boys. Wie komme ich... Ah, 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 ah. Das ist quasi wie Eisfelder. Okay, jetzt schauen wir mal. Habe ich eine Chance? The Deep, genau. The Deep. Hol dir doch Tafelwasser? Brauche ich nicht. Wofür brauche ich Tafelwasser? Bojelin ist sackenschnell. Das. Schauen wir mal, was so ein Flammenblitz macht. Nassschweif. Bojelin wird ein großes Problem. Okay. Ich meine, ich bin Level 62. Okay. Das tat weh und jetzt kriege ich... viel weniger. Also relativieren tut's nicht. Aber mein Flammenblitz rettet uns. Mantax ist... Sie sind alle schneller als ich. Wasser-Pokémon sind alle schneller. Vielleicht ist ein Quabbel nicht schneller als ich. Ich glaube, Mantax ist schneller als ich. Jetzt ist es schneller als ich. Duft-Schnitt. Duft-Schnitt. Bist du doof? Boah, ich bin Kampf. So doof ist es nicht. Mach der Übertrank? Ne, der hat keinen Übertrank. Er ist dumm. Hast du keine gute? Du hast doch bestimmt Aquavelle oder so. Klapp. Okay, ich sehe ein Hoffnungsschimmer, dass das tatsächlich machbar ist. Einfach Flammenblitz komplett übertrieben. Aber ich muss jetzt direkt wieder raus. Nein, das war ja falsch. Blöd. Sag nicht, ihr redet mich an, wenn ich im falschen Rhythmus... Oh krass, doch. Hä? Aber jetzt? Achso, ich muss einfach runter und wieder hoch. Das ist gemein. Ich bin hier einfach nur raus gerade. Hoho! Okay. Coole Arena aber. Wirkt aber nicht wie eine achte Arena. Wirkt eher wie so eine dritte Arena. Wenn ich jetzt sehr piroyal wäre... Oh mein Gott. Würde ich hier durchrennen. Dafür sind wir durch Käfer durchgerannt und... Was war das andere? Eis? Nein. Wir sind nur durch zwei Arenen nicht durchgerannt. Boden und Flug. Was ist denn das Queh heute? Was soll da überhaupt Pech? Was soll kein Pech mehr haben? Ja, Überrest ist natürlich auf Langzeit besser. Ich kämp' jetzt mal nicht gegen die. So viel XP bringen mir die auch nicht. Ich verlangsam' doch alles. Hm. Hm. Was bringt mir das da drauf zu gehen? Aber warte, wahrscheinlich ist es da hinten. Aha. Aha. Hm. Komm. Hm. Hmm? 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 Es bringt doch nichts, wenn ich da hochgehe. Ey, Danu war es. Danu hat es geschafft. Es bringt mir doch nichts, wenn ich da draufgehe. Ah doch, ne. Das bringt mir doch nichts. Okay. Das habe ich nicht gemacht, weil da keine Wasserspuren waren. Weil der Trick... Okay, gegen den muss ich kämpfen. JAHU! Oh, damn, wie der Rock wackelt. Ich ziehe es durch, Flammenblitz. Flammenblitz! Ich vaporisiere diese ganze Arena. Das ist nicht so effektiv. Das ist faktisch falsch gemacht. Wer schreibt diese Anzeigen? Oh mein Gott. Ich mach... Armstoß. Das schaffst du. Sehr, sehr gut. Brr, brr, brr. Uuuuh. 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 Das könnte mich killen. Aber ihr habt gemeint, Stami ist dann Psycho. Das heißt Gewissheit. Aber nur wenn ich Stami safe schneller als ich. Gott, wenn Stami jetzt eine krasse Wasserattacke macht. Glimm, dankeschön für dein Prime. Danke, danke. Sternschauer? Du Loser. Du Loser. Was... Was soll das denn? Konfu-Strahl? Das ist schlechter. Was ist das mit meiner Gewissheit? Oh, 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 oh. Gehe hart, gehe hart, hart, hart. Härter, härter. Ist so hart. Ist so hart. Das war sogar volltrefferhart. Hey, ich bin gegen Wasser-Arena. Jetzt wünsche ich, ich werde noch auf YouTube live, damit Jeffrey sehen könnte. Wie willst du denn mit Flambyrex die Wasser-Arena machen? Das ist unmöglich. Mh-hm. Äh... Das war jetzt gut. Kacke. Fuck. Ich glaube, das eine Ding muss weg sein, oder? Das muss dann... Hä? Rechts ist er hier. Niemals. Niemals könnte er sich zurück halten. Links oben, dann rechts. Hör auf, Mariko. Halt dein Goschen. Halt deine Finger still. Ein bisschen krass, wie ich die mit Feuer fertig mache. Das ist schon echt eine Beleidigung für Fische. Niemals 63. Okay, der könnte ein bisschen schwieriger werden. Vielleicht zwei Flammblitze. Niemals. 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 Fertility in Dünera raids finden. Äh... Ich glaube, ja. Ja. Ja, ich check das hier gerade nicht. Also hier, da, aber das ist da oben und wenn ich jetzt hier, ach so, ja, doch, stimmt. Ja, stimmt. Alles ist richtig. Alles ist richtig, weil das Ding ist da oben und dann kommen wir hier nicht weiter und dann kann ich das hier weiter schieben und jetzt schiebe ich das weiter und dann kann ich da weiter. Bin ich schon hier? Oh, ich dachte, ich bin dann erst da drüben und muss da alles richtig machen. Okay, das ging schnell als... Nein! Ich kann sicher wieder zurück. Ich kann sicher wieder zurück. Ich kann sicher wieder zurück. Ich kann wieder zurück. Ich habe zwei nicht besiegt, aber das ist okay. Will ich mich jetzt heilen? Oder soll ich richtig abgehoben... Ich glaube, ich starte den Kampf so. So. Er hat bestimmt ein Bojelin. Das tut mir sehr weh, aber es wird mich glaube ich nicht killen. Und dann kann ich immer noch ein paar Trank machen. Das war Mariko. Das war Mariko. Ja. Ich glaube, Karibas hält viel aus, ne? Aber es ist halt Gestein. Arumstoß ist so schlecht. Warum habe ich nicht eine bessere Kampfattacke? Arumstoß. Ich bin schneller. Mehr. Mehr. Fuck. Das kann doch nicht sein. Nur zweimal. Ausbruch? Ja, natürlich. Ich habe Angst vor einer Wasserattacke, aber habe noch mehr Angst vor. Ich glaube sogar zwei Clapper reichen jetzt. Clap it. Ach, du Loser Schildkröte. Kein Wunder, dass du ausgestorben bist. Get rekt, son. Der ist Dronkh. Ja, aber dumm. Oh. Warum haben die alle nicht Gen 5 Pokémon? Gott, wie riesig der hier aussieht. Die Perspektive sorgt dafür, dass es echt riesig aussieht. Ja, da kann ich ja nur Flammenblitz machen. Gib ihm! Jaaa! Hertha! Jaaa! Oh mein Gott. Ah, das ist so viel XP. Das hat so viel Kaffee. Nein! Oh! 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 First Try, Wasser Arena, komm schon! Der hat aber vier oder? Oder hat er auch nur drei? Der muss vier Pokémon haben. Das ist die letzte Arena. Ist das eine Wasserattacke? Das kommt mir eher vor wie eine normale Attacke. Aber es ist eine Wasserattacke, ne? Weil das so die Carpador Attacke ist. Aber nicht wirklich, weil es kann, egal. Das war nicht Taucher, das war Sprungfeder Taucher geht nach unten Oder nicht Sprungfeder Sondern Springen oder so, oder wie das heißt Das war nicht Flug Vylord kann sicher nicht Flug Warum soll Vylord Flug können? Das war doch nicht Flug Das war doch die Springer-Attacke Es gibt eine Springer-Attacke Dass Wasser-Pokémon aus dem Wasser springen Ist Flug Achso, ihr glaubt, es ist Flug Ich dachte, ihr denkt, es ist die Attacke Fliegen Ich kann ja nichts anderes machen Ich bin voll Ich muss es jetzt einfach aushalten, was da kommt Außer Ich sag, yo Ich setze jetzt einen X-Angriff ein Aber wenn es mich jetzt zu one-hitted, bin ich halt tot Und dann habe ich einen X-Angriff Aber ich habe gespeichert Ich nutze die Gelegenheit, um einen X-Angriff zu nehmen Und hoffe einfach, dass ich nicht tobe Oh, es war Sprungfeder, genau Sprungfeder ist eine Flugattacke Oh, Lockock Ich dachte, es ist schlimmer Da dachte ich, das ist schlimmer Jetzt pass mal auf Was kommt jetzt? Hat sich der X-Angriff überhaupt gelohnt? Warum kann Garados fliegen? Weil es Flügel hat und ein Flug-Pokémon ist Garados kann fliegen Weilort kann nicht fliegen Weilort springt aus dem Wasser Apokalyb Soll ich einmal Hypertrank machen? Ich habe Angst Er hat auch nur drei Pokémon Jeder Arenaleiter hat maximal drei Das ist schon... Mikrig Ich mache einen Hypertrank Ich muss gucken, was es kann Wahrscheinlich Vielleicht bufft es sich auch bloß jetzt Irgendwas Buffiges macht es wahrscheinlich Wieder Siedewasser Stopp Okay, 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 okay Ist jetzt gefährlich Weil Flammenblitz tut mir halt selber weh Shit Schau, jetzt ist Flammenblitz halt schlecht Weil dann tut es mir weh Und dann ist sein Siedewasser stark genug Um mich umzubringen Gewissheit bringt nix Armstoß bringt erst recht nix Oder bringt nix Nee, bringt erst recht nix Walzer bringt noch nix First Try Ich schaffe das Wenn ich jetzt Flammenblitz mache Bin ich tot Außer Flammenblitz Killed instant Apokalyp Aber wenn es Wenn es am Leben bleibt Dann macht es Also wenn es keine Siedewasserattacke Wenn es keine Wassertacke macht Dann habe ich auch gewonnen Ist Gewissheit gut? Ist Unlicht gut? Gewissheit bringt was? Aber glaubt ihr Es bringt mehr als Flammenblitz? Gewissheit hat kein Stab Aber es ist eine physische Attacke Und ich komme nicht als zweites wahrscheinlich dran Ich komme wahrscheinlich als erstes dran Und dann ist Gewissheit nicht mal stark Flammenblitz könnte halt one-shotten Ich meine ich habe Weilort Ich habe x Angriff gemacht Aber Gewissheit hat auch x Angriff Aber wenn es viel KP hat Halt, kriege ich auch viel KP zurück Gewissheit macht 100 Flammenblitz 90 Gewissheit macht nicht 100 Wieso denkst du, dass Gewissheit 100 macht? Gewissheit hat die Stärke 50 Gewissheit verursacht Schaden Sollte das Ziel in derselben Runde Vor dem Einsatz von Gewissheit Schaden Genommen haben So trifft diese Attacke mit doppelter Stärke Nur wenn Apoqualypt mich jetzt zuerst angreift 50 mal 2 Ja, aber warum sollte 50 mal 2 sein? Es kann sein, dass Apoqualypt schneller ist Aber ich glaube nicht Denn es ist eine Qualle Und ich bin 12 Level stärker Ähm 50 mal 2 Weil sehr effektiv Ach deswegen meinst du Ja Du machst uns fertig Ihr macht mich fertig Ich mache Gewissheit Trotzdem macht Gewissheit 50 Schaden Du kannst nicht sagen, dass es 100 Schaden macht Wegen sehr Effektivität Die Stärke von der Attacke ist 50 Und nicht 100 Die Stärke von der Attacke ist nur 100 Wenn Äh Ich als zweites angreife Du kannst sagen 50 mal 2 Wien sehr effektiv Aber du kannst nicht sagen Äh Dass sie 100 macht Aber ich mache Gewissheit Wenn ich Draufgehe Seid ihr schuld Flammenblitz hat es geschafft Okay 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 First try Jetzt würde ich gerne wissen Ob Flammenblitz auch gekillt hätte Ich glaube Flammenblitz hätte auch gekillt Oder Flammenblitz hätte auch gekillt Und Flammenblitz macht übrigens 120 Schaden Achso du hast schon wieder eingerechnet mit nicht effektiv Oh mein Gott Ich schrei gerade den Stream an Hör auf Warum Nur weil ihr Pokémon Terminologie nicht versteht Ist ja nicht so schwer zu verstehen Dass Gewissheit 50 Schaden macht Soll ich nochmal den Bericht aufrufen Und zeigen Dass Gewissheit nur 50 Schaden macht Hallo Sunny Film 55 Das war First try Wasser Arena Und Cringe wie er weg Wie er einfach weg geht So Matisse denkt sich Und was ist mit mir Das war mit einer der einfachsten Arenen Aber ich bin auch krass überlevelt natürlich Pokémon Pokémon Hast du richtig gelesen Schau Jetzt kommt er von hier Und der ist gerade nach oben geschwommen Und jetzt kommt er Leger von unten angewalkt Hallo meine Freunde Was ist der Dom Diese Halunken Wir haben 8 Arenen geschafft Mit nur einem Flambirex Leute haben gesagt Es ist nicht machbar Die meisten haben gesagt Natürlich ist das machbar Natürlich ist es machbar Es ist sogar Ich würde behaupten Es geht schneller Ich mach das ja nur weil es schneller geht Ich glaube es geht schneller Als ein komplettes Team zu trainieren Flammenblitz wäre schon interessant gewesen Ich will jetzt wissen Ob Flammenblitz funktioniert hätte Es hätte mir Schaden gemacht Aber ich hätte auch wieder was zurückgekriegt Vielleicht hätte es gewonshottet Vielleicht hätte Apokalypt nicht Siedewasser gemacht Vielleicht hätte Siedewasser mich verbrannt Ja die sind wirklich einfacher Als in Schwarz-Weiß 1 In Schwarz-Weiß 1 hatte ich ja sogar Probleme mit einem vollen Team manchmal Am Anfang zumindest Als man noch nicht wirklich gelevelt war Aber die Top 4 waren auch in Weiß-Schwarz-Weiß einfach Bin ich mal gespannt wie es hier wird Laufen wir hin? Irgendwo? Da war ein Item Route 22 Was ist damit? Da ist die Herzschuppe für Nitro-Ladung Ich hole mir nicht wieder Nitro-Ladung Warte, wie sieht es eigentlich aus? Süß Schade, dass wir nicht zu zweit sein können Mathis sagt, dass du da hin sollst Spoiler Auf mich zu spoilern Zum zweiten Mal jetzt Warte da Das hole ich immer noch Warte da, das hole ich immer noch Wieso willst du kämpfen? Muss ich da hin surfen? Nochmal Segel-Sang Quatsch Was ist denn Quatsch? Du hast doch eben gefragt, wohin gehen wir? Ja, rhetorisch So, wo gehen wir jetzt hin? So, wo gehen wir jetzt hin? Sei nicht traurig auf den bösen Leo Wie kann man auf jemanden traurig sein? Äh, nach links Heißt, ich soll einfach schwimmen? Einfach surfen? Komm da nicht durch? Wahrscheinlich oben So, auf äh uto Warum kommt denn jetzt ein Stern, du? Mariko, willst du beantworten? Du weißt ja anscheinend alles besser. Gewissheit! Soll ja so gut sein anscheinend. Okay, das war nicht schlecht. Okay, 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 gut. Vielleicht behalte ich einfach Gewissheit. Wo. Bi. Da. Da. Da da da. Was? Ne, da. Da, da da, da da. Gutein, warte, jetzt will ich mal checken, ob ich tatsächlich voll bin, oder war nur meine Initiative voll? Das wird ich nicht verstehen, wenn die Initiative voll war. Was gegen was hab ich denn gekämpft? Ah, ich bin komplett voll. Schade. Die ist auch voll. Bei den ganzen Chicken Wings. Ich habe gestern auch, ich habe mich komplett, also ich habe ein komplettes Brett, also ich glaube das ist, ich glaube nicht, dass es ein Kilo ist, aber mindestens 800 Gramm. Ich glaube es ist ein Kilo. Ein Kilo Chicken Wings und ein kompletter Brokkoli und vier Scheiben Brot, weil ich habe zu spät realisiert, dass ich Reis dazu machen sollte. Dann hätte es zu lange gedauert, also habe ich einfach vier Stücke Brot genommen. Und das normalerweise essen das Rosa und ich zusammen, sodass immer noch was für mich am nächsten Tag übrig ist. Und ich habe alles auf einmal gegessen. Und dann ging es mir schlecht. Aber das war es wert. Ne, weil dann hätte ich heute noch weiter essen können. Das war es nicht wert. Ich mampfe jetzt Baby Bell. Ist Baby Bell schweizerisch? Ein Hühnerstall wieder mal? So ziemlich. Was esse ich heute? Heute mache ich mir ein Müsli. Was esse ich sonst? Müsli? Oder Käse? Ich habe so viel Käse. Der Rote ist Baby Bell. Hier gibt es Sonnenfell. Verpackung ist nur Rot. Warum reden wir über die Farbe von Baby Bell? Ich habe nur gemeint, aus welchem Land kommt Baby Bell. Ich glaube, ich muss trainieren. Wer ist die Verpackung mit? Habe ich mich irgendwie versprochen? Frankreich? Baby Bell. Baby Bell. Okay. 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 Französisches Baby Bell. Wachs schmeckt auch gut beim Baby Bell. Nicht, dass Wachs ist. Wie viele Mons habe ich eigentlich schon gesehen? Und wie viele gibt es? Nichts. Gesehen 151. Hey, ich habe komplett Gen 1 gesehen. Ich habe nur Evo Serp gesehen. Warum habe ich die anderen nicht gesehen? Wer hat denn Serpi in diesem Spiel? Dummi Miesel fehlt. Die ganzen Äffchen. Hä? Toxipad Rollung und es danach fehlt? Achso, das war Pionscora. Stimmt. Wie ein Draghi war das? Ja, fehlen noch ein paar. Ich hoffe mal, dass ich die irgendwie zufällig... Oh Gott. Dass ich die zufällig alle finde, wenn ich jetzt noch alle Trainer besiege. Warum sind es so viele? Warum hat Schwarz-Weiß zwei so viele? Oh nein. In Schwarz-Weiß werden wir schon längst durch. Oh mein Gott. Killed you. Was? Die muss ich alle... Ich muss den voll machen, den Pokédex. Oh Gott. Terrakium. Und warum chillen die Ritter einfach so überall? Okay, tschüss Terrakium. Ich brauche 297. Ey, 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 ey. Bist du mit dem besten Pokémon-Spiel aller Zeiten bisher zufrieden? Definitiv nicht das Beste. Die Story ist immer noch lächerlich. Aber es ist natürlich unter den Top 5. Ich dachte, wir kämpfen jetzt. Nein. Ich glaube, ich muss da rüber und dann da rüber. Oder muss ich einfach... Ich bin mit Legends Arceus immer noch zufrieden, ja? Jupp, jupp, jupp. Ich auch. Phoenix Legends Arceus ist immer noch das beste Spiel, ja? Gibt Schicht? Okay. Warte mal, Holzkohle. Ähm... Aber da ist eine Höhle. Muss ich in die Höhle? So, ich kann hier nicht einfach durchgehen. Warte mal. Ich denke, die ganze Zeit, ich kann da nicht durch. Ich glaube nicht, dass es da oben weitergeht. Das ist bestimmt nur, um den Weg zu gehen. Ich glaube, ich muss hier rein. Ist das die Siegestraße? Riesengrotte. Ah. Okay, wir müssen zur Route 21. Hm. Aber wusstest du, Phoenix, dass nur Schwarz 2 den Hard Mode hat? Weiß 2 hat anscheinend den Easy Mode. Erklär mir diese Gehirn-Furz-Sache mal. Wo ist 21? Da ist 21. Abidaya. Bei Megumina. Viel Erfolg. Hartmut braucht auch keiner. Wie schaltet man die Modi frei? Indem du das Spiel durchspielst. Eigentlich muss man einfach nur surfen, oder? Vermutlich, weil sie testen wollten, wie beides bei den Spielen ankommt. Guter Test. Den Leuten nicht sagen, dass das eine schwer ist und das andere leicht ist, sondern erwarten, dass die Leute es von alleine verstehen und dann enttäuscht sind, wenn sie das eine durchgespielt haben. Wer will das Spiel einfacher haben, wenn man es durchgespielt hat? Das macht keinen Sinn. Oh, jetzt habe ich das Spiel durch. Jetzt habe ich Bock, es nochmal zu spielen, aber viel einfacher. Ich versuche gerade die ganzen Gegner zu umgehen, weil ich gerade keinen Bock mehr auf Kämpfen habe. Ich will... Keine Ahnung, was ich gerade will. Ich will... Mir fehlen nur noch vier Pokémon in Traumretter. Ich will vier Pokémon in Traumretter finden. Gestern habe ich übrigens, by the way, auch etwas, was... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jemand auf einer von den YouTubern gestern gesagt hat... Ah, Rotom ist das Einfachste. Es kommt die ganze Zeit. Kryppok ist das, was nie kommt. Ich habe gestern dreimal hintereinander Kryppok bekommen in Traumradar. Ah, mir fehlt Togepi, Kusilla, Sterndu und... Was war das andere? Weiß nicht. Vier Stück fehlen mir in Traumradar, dann habe ich es fertig. Aber dann brauche ich immer noch Heartgold und SoulSilver. Mariko. Hast du wirklich Lust, mir Heartgold und SoulSilver zu schicken? Ich habe so viel Geld. Ich bin so auf der falschen Seite. Ich bin so falsch. Ich werde die beide zusenden. Was glaubst du, wie lange du dafür brauchst? Wann könntest du das, glaubst du, losschicken? Mir läuft die Zeit davon. Beide. Ich habe SoulSilver schon alle abgeholt. Nur Ho-Oh kann ich nicht abholen. Du bist auch ein Käfer, oder? Du bist doch safe ein Käfer. Sieht so böse aus. In neuen Gens habe ich das Gefühl, Kastellin sieht eher so derpy aus. Ich habe deine Dresser morgen früh. Du stellst das dir sehr einfach vor. Oh ja. Okay, okay, okay. Ich schreibe dir später, Mariko. Friedrich. Ich glaube, ich kann da lang. Aber das ist sicher nur irgendein geheimer Weg hier. Das kann nicht der richtige Weg sein. Wir gehen ihn trotzdem. Wir brauchen Spiele, die sich individuell anpassen an das Spielverhalten. Für jeden ist der Schwierigkeitsgrad anders, je nachdem wie man sich verhält. Das ist auch die Leri-Psycho. Ne, da ist nur Wasser. Ich mache es trotzdem. Gewissheit. Oh. Gewaltig. Ich brauche nur HG. Ich brauche nur HG. Alles andere habe ich. Hast du Ultra-Sonne? Herbnis hat mir Ultra-Mond gegeben, oder? Und ich habe Mond und Sonne. Ich glaube, ich habe keine Ultra-Sonne. Äh, Ultra-Mond. Okay, ich bin im Kreis und jetzt hat mich alles erwischt. Du hast mir Sonne und Usum gegeben. Sag nicht Usum, du hast mir entweder oder. Also Ultra-Sonne, genau. Also Ultra-Mond habe ich nicht. Bye, Lord. Chill. Wahrscheinlich schwerer als das vom Arena-Leiter. Mega-Entwicklung fanden viele beispielsweise sehr geil. Hat GF dann auch mit Gen-Z wieder verworfen für sehr viele Jahre bis 2025. Falsch. Ja, Gen-7 hat Megas. Ja, die versperrt mir sogar den Weg. Krass. Okay, wir gehen hier runter, wir gehen da runter, wir gehen hier runter, hier, wir halten uns hier. Du bist. Gar kein. Du kannst gegen Phoenix nicht gewinnen. Keiner kann gegen Phoenix gewinnen. Phoenix hat immer eine passende Antwort parat. Keine Angst. Phoenix, warum wird immer sofort losdiskutiert, sobald du hier bist? Warum? Warum diskutieren wir immer sofort über die... die Tiefen... die Bewegungsgründe von Pokémon, wenn sie keine haben? Das ist noch ein bisschen übertrieben. Bye, Danu. Soll ich dir UM noch dazulegen? Ja. Aber das dauert lang, bis ich dir das zurückschicken kann. Weil das immer noch lang nicht. Okay. 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 Ich da. Habe ich's geschafft? Anscheinend. Ich hoffe, bis zum Breeze bin ich... Ja, okay, fertig werde ich nicht sein. Was macht man nicht? Ich blitz die Flamme. Bis Augusta bist du vielleicht gerade in Gen 6. Ich bin fast fertig mit Gen 6 dann. Gen 6 wird nur anstrengend wegen den Vivillons. Der Rest ist geschenkt. Sag ich jetzt mal so. Warum lebst du noch? Oh Gott. Das ist ein Abstoß. Trotzdem musst du davor noch das Gen 5 Video machen. Glaub mir. Warum ist die so krass geheilt? Ich habe nicht hingeguckt. Oh nein. Ich werde das Gen 5 Video nicht hinrotzen, aber hollala. Auf einmal kriege ich die 5. Ich werde das Gen 5 Video nicht hinrotzen, aber ich werde es so hinrotzen. Ich werde es nicht hinrotzen, aber ich werde es im Vergleich hinrotzen. Ich glaube, ich werde noch nicht mal mich aufzeichnen. Ich glaube, ich werde nur meine Stimme aufzeichnen. Nicht nur, vielleicht Intro und Outro hat mein Gesicht. Aber ich glaube, ich mache mal ein Video nur mit meiner Stimme. Ich habe einen Top-Schutz. Perfektionist, kann es auch gar nichts hinrotzen. Apropos. Wenn wir hier endlich an der Stelle sind, wo ich Garados suchen kann. Level 1 Garados. Ich will das. Ich habe dann endlich für. Weil ich will ein eigenes Video machen zu Level 1 Garados. Und. Ich will ja dieses Jahr 2 Videos mindestens draußen aufnehmen. Und ich glaube. Das ist die perfekte Gelegenheit. Ein Video an einem schönen See hier aufzunehmen. Oder am Meer. Kann Garados im Meer sein? Ja, also zumindest in. In Kapu schwimmt es im Meer rum. Ich kann auch sagen, Garados kann fliegen. Also muss ich Fallschirmspringen gehen. Und während dem Runterfallen rede ich das Video rein. Okay, ich kämpfe gegen alle hier. Ich werde hier nie wieder durchgehen wollen. Ich kann auch sagen, Gen 5, Amerika. Lass mal kurz nach Amerika fliegen und dort das Video aufnehmen. Nein. Ich werde es hinrotzen. Das Gen 4 Video haben viel zu wenige gesehen, dass es sich gelohnt hätte. Und das ist bei Gen 4. Das verwundert mich halt wirklich. Gen 4 ist so eine beliebte Gen. Und im Vergleich zu Gen 3 hat es so abgekackt. Gen 5 kann da nur. Also Gen 5 kann nicht besser laufen. Gen 5 ist so under the radar. Ich denke auch einfach, weil es dazu halt die Remakes gab. Dann aber erst recht sollte es gut sein, weil die Leute es noch frisch im Kopf haben. Gen 5 hat auch viele Fanboys. Mehr als Platin. Platin ist die Gen. Man kann es nicht wissen. Klar kann es sein, dass es besser läuft. Lässt er mich nicht durch? Ich glaube, die haben alle Robustheit. Nice, Florian. Weißt du was? Hier fehlt die drei Ninjas. Wie meinst du das? Die sind schon da. Die waren vorhin da. Ist es? Ja, da bringt Robustheit gar nichts. Hahaha. Gottes Willen ist traurig. Schwarz-Weiß-2 ist ja ein neues Spiel. Ja. Korrekt. In der... In der... In Twin Drake... Als alles vereist wurde, sind die drei Ninjas... Das ist sogar Story relevant. Die drei Ninjas sind gekommen und haben uns den DNS-Keil weggenommen. Mit drei Ninjas. Das ist ja hier ein Gemetzel. Ich muss ja fast wegschauen, so traurig ist das, was hier passiert ist. Lebe wohl. War's das schon? Bucht von Undula. Montag. Am Montag muss ich wieder hier sein. Denn dann ist hier ein... Apoqualyb. Mit versteckter Fähigkeit. Who said Pokémon Haggard? Hoffentlich bist du heute besser als gestern. Was ist das, Haggard? Es ist eindeutig, was es ist. Siehst du es nicht? Siehst du nicht, was das ist? Es ist so eindeutig. Ich hab keine Ahnung, was ist das? Was ist das? Nessi? Lapras? Was ist das? U-Gong? Wo ist da ein U-Gong? U-Rob? Was? Nein, 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 nein. Walreiser? Interessant, interessant. Interessant. U-Rob U-Gong. U-Rob U-Gong. Ne, wie heißt... Wie heißt... Se-Yong heißt es doch. Das eher noch. Da ist, glaube ich, andersrum. Rob Ball? Walreiser? Ich sag die Vorentwicklung von Walreiser. Das ist Walreiser. Das ist Walreiser. Nicht schlecht, nicht schlecht. Still, so gut gesehen. Maus, low, gut gesehen. Farid, gut gesehen. Mari, keck. Bist auch so ein keck. Na, was ist das? Easy! Easy, wer das nicht sieht... Der soll all seine Pokémon-Spiele auf Ebay verkaufen. Sofort! Easy! Leufeo? Falsch! Diese Katze! Aha! Pyro-Man! Pyro-Leo? Natürlich! Shiny Pyro-Leo! Ihr hattet alle nicht recht. Und Shiny! Marco hat's geschummelt. Pyro-Leo, männlich und Shiny. Der Marco hat das volle Kanne. Marco hat's 1 zu 1 geschrieben. Nicht schlecht. Gibt's Taucher hier in diesem Spiel, oder wie? Hier gibt's Taucher? Gen 5er Taucher? Wow. Geh ich nie runter. Muss ich Tauchung? Taucher machen? Oh, Wassertafel. Ich glaub, ich hab Angst, dass ich Taucher machen muss. Aber ich hab, glaub ich, Taucher nicht bekommen. Oh, oh, oh. Ja, aber hier ist doch... Hier ist doch alles normal. Scheiße. Hab ich Taucher? Das wär ja ein kleines Indiz, dass ich da runter muss. Ich hab keinen Taucher. Taucher ist völlig optional. Gut. Wo muss ich dann hin? Die haben gesagt, Route 21. Route 21 war das, wo ich grad war. Das heißt, ich hab's noch nicht gefunden. Unter Seetunnel, Strandgrotte, Bucht von Ondula, Route 21. Schon zu weit. Soll ich den Weg einfach nochmal abschwimmen? Was ist das? Easy. Easy. Dieser Drache? Niemals. Grolldra? Was? Leute, guckt, wie süß es da sitzt. Guckt, wie süß es da sitzt. Wie erkennt man sowas? Indem man Pokémon Home jeden Tag stundenlang benutzt. Und alle Pokémon die ganze Zeit siehst, weil das sind die Sprites von Pokémon Home. Wenn du die Sprites von Home nicht kennst, dann ist es schier unmöglich. Das ist natürlich Scheinux. Nicht Scheini. Es ist ein Schienix. Schienix. Das ist ein Schienix. Wo muss ich lang? Dann war hier die Höhle. Oh hier ist noch was. Das ist das erste Quabbel was wir sehen. Ich liebe Quabbel. Ich liebe Quabbel. Das reicht. Warum findest du es rosen und gruselig? Die sehen beide gleich aus. Also bin ich einfach in der Höhle falsch gegangen. Ich glaub da war noch ein zweiter Weg. Wie du willst Mariko. Ich hab Angst. Wichtig ist nur wenn du die Spiele lose verschickst. Reicht es nicht wenn du die einfach in den Brief rein tust. Weil die Spiele werden durch das Transportieren durch den Brief durchrutschen. Weil der Brief wird einfach zerbrechen nach der Zeit. Du musst so oder so. Also wenn du nur die Spiele verschickst muss es so ein Luftpolster Ding sein. Und wenn du die Spiele mit Höhle verschickst dann ist es eh auch so ein großes wenn Null gepolstert. Ja. Bei mir ist es komplett egal. Ich brauch nur das Spiel. Hier. Die gehen nicht kaputt. Nein, nein. Und Tracking. Immer Tracking. Genau. Ich hab noch nicht mehr gegen alle gekämpft grad. Ich schätze dass ich jetzt schon stärker bin als die Top 4 oder? Top 4 wird wahrscheinlich Level 60 maximal 65 sein. Runter oder rechts? Was hätten sie weglassen können hier? Ich check überhaupt nicht wo ich lang muss oder so. Ich mochte Schwarz-Weiß sehr dafür dass es wirklich sehr geradlinig einfach die Story durchgeht. Es war nix von wegen geh hier zurück geh da lang und jetzt ist es wirklich so. Geh auf Route 21 und finde einen ganz versteckten Ort um einen kleinen Storyteil voranzutreiben und dann geh wieder zurück wo du eigentlich warst. Geh ich grad zu Kyurem vielleicht? Aber Kyurem ist ganz woanders. Kyurem ist glaube ich in der Riesengrotte. Vielleicht ist Kyurem hier woanders. Ich hab jetzt schon drei Herzschuppen. Hey Devos. Hey Devos. Soll ich da hoch? Ich muss da hoch. Äh? Das kann doch eigentlich der Weg sein. Wenn da oben nix ist. Okay hier ist was. Kyurem ist nicht in der Riesengrotte. Okay. Dann. Schauen wir mal. Komme ich da? Nice. Das wirkt aber nicht so als müsste ich das. Das wirkt doch alles wie optional hier. Vielleicht bin ich grad im falschen Bereich. Oder ist es alles so wie es sein soll? Du hantest zur Zeit Kyurem in Weiß 2? Geil. Das vergessene Shiny Lock. Ich bin ein ar father unduis. Fels Ugel League. Sehr schön. Auch wenn du jetzt. Ye frequency bei uns. Quietschen bei uns eure sao? Dollatschない لل Menschen. Kommt ihr was dort. ют. Es geht ja nur hier, ne, es geht so. Nice, dafür hat es sich schon ein bisschen gelohnt. Uiuiui. Hier jetzt nicht die bombastische Cutscene gleich kommt. So, wow. Benny, danke für den Raid, hallo. Welcome back. Ich sitze an der Hand, seit ich mit den Gen 3 Origin Decks fertig bin. Das ist schon über einen Monat, aber ich mache auch nicht jeden Tag Resets. So wie bei mir und Deoxys. Ja, Qyurum kommt auch irgendwann dran bei mir, aber zuerst brauche ich Deoxys, Entei und Giratine. Wir müssen schön der Reihe nachgehen. Das ist alles für ein Item, okay. Toxin. Joa. Das könnte manchen es wert sein. Ich war hier oben noch nicht. Oha. Was? Möchtest du den Akromat auf den großen Felsbrocken anwenden? Was ist denn dein Akromat? Wann habe ich den denn bekommen? Okay. Ach, das war... Ah, doch. Den habe ich da gekriegt. Doch, ich erinnere mich. Ach so random, dass ich den jetzt hier auf einmal einsetzen muss. Ich fange das mal. Warum? Du hast Shiny Ho-Oh gefunden, Heavens. Nice. Hast du nicht bald alle Legis aus Gen 8? Im Kampfwort, ja genau. Und als dieses Item aufgeploppt ist, was der eine Typ mir gegeben hat. Trotzdem so random. Ich weiß ganz genau, du wirst dieses eine Item brauchen, um uns zu finden. Hier. Ja, Flamperix ist ein ordentliches Brett, aber das passiert, wenn man mit nichts anderem kämpft. Hier ist das Schiff wieder vom Anfang. Das wievielte Ho-Oh-Was happens? Das heißt, ich bin vorhin einfach perfekt den falschen Weg gegangen. Anstatt den anderen zu gehen. Halt mich da drin, jemand? 48 Raids für Ho-Oh? Plasma. I am Plasma. Plasma. Zwei Pokémon, einen guck mal da. Ich zittere. Foto happens. Picture or we or didn't happen. Die Pony-Docs. Habt ihr schon mal brennenden Müll gesehen? Stinkt ziemlich. Ah, einfach noch eine Deo-Dose reinwerfen. Gibt's hier Stuff? So eine Erdbeben-TM oder so? Für den lieben Leo eine Erdbeben-TM? Heimzahlung, okay. It's something. Wo geht's da? Nein, ich wollte hoch und runter. Das ist heute Shiny-Requaza auf den Simaragd gekriegt. Jo, was? Oh mein Gott. Wie geil. Heute, äh, Manafi-Steini auch gehandelt. Viermal und danach keine Lust mehr. Ja, Manafi ist hart. Ich walze hier durch. Ich mach Walzer. Aber ich kann. Schöne an Walzer ist, dass ich jetzt einfach nicht zurücklehnen kann. Warum macht er immer Zugabe dieser Art Morai? Stopp! Oh mein Gott. Vielleicht war Walzer doch nicht so eine gute Idee. Mal wieder. Wenn Art Morai wenigstens mal Vipitis angreifen könnte. Bitte. Gescheit. Mach mal eine Attacke. Okay. Vipitis, was machst du? Gift-Hieb? Aber nicht gegen mich, oder? Ja, eben. So läuft das doch. Halt, halt, Marties mich danach. Warum hat der? Haben die noch welche? Oh, shit. Das könnte jetzt ein Problem werden. Aber einfach nur, weil es ein Doppelkampf ist. Nicht, weil ich zu schwach bin. Okay. Volltreffer. Vipitis greift jetzt einfach weiter Art Morai an. Das geht schon. Ey, so wenig Halt, Sehgesang dafür, dass ich einen Mon einfach umbringe. Das Schweif. Könnte, könnte, könnte. So. Hat der noch eins? Das ich überrollen kann. Dem letzten Walzer. Komm, walz ihn. Jawohl. Walzer. Die Zurücklehne-Attacke. Man kriegt so wenig. Warum kriegt man so wenig? Den Schalter bewachen. Ich dachte, der läuft jetzt da so rein. Ah, tut er sogar. Kann ich mich irgendwo heilen? Hat Marties mich geheilt? Wir werden es rausfinden. Wobei. Heile ich mich lieber. Oh ja, ich heile mich. Langsam habe ich so viel KP, dass ein Hypertrank nicht ausreichen könnte. Woopsie. Oh Gott. Wenn er mich jetzt heilt. Okay, ciao. Okay, alle lassen mich gehen. Okay. Okay. Das ist ja wie hier in Saffronia City. Oh nee. Ich klicke mal ein Bett an. Ich glaube nicht, dass es mich heilt. Aber ich probiere es. Kannst du dich nicht an die Story erinnern? Hast du das nicht erst vor kurzem gemacht? Ah nee. Nee, du hast es noch gar nicht gemacht hier. Also. Lange her. Ich bin gerade dabei, shiny Giratina zu bekommen in Strahlender Diamant. Du bist gerade dabei, es zu bekommen? Wie machst du das? Du meinst, du Reset ist Giratina? Viel Erfolg, viel Erfolg. Dann spiele ich schwarz 2. Yep. Sind die anders? Anscheinend. Ist das Spiel legit? Ja. Übrigens, die Seite Skyward aus deinem Video war ein guter Tipp, um sich zu überlegen, wo man welches Mon hantet. Da hilft mir sehr. Ja. Ich finde aber dies manchmal ein bisschen... Also ich habe erstmal realisieren müssen, dass normale Encounter nicht zählen. Und das finde ich Quatsch. Warum schreiben die nicht auch die normalen Encounter hin? Sondern es sind ja nur die Methoden. Also Ei und so weiter. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die zeigen nicht alles an. Manchmal denke ich mir, das kann nicht sein, dass man es nur im Ei bekommen kann. Das kann man auch anders kriegen. Aber wenn es dir hilft. Wenn es dir hilft. Wenn es dir hilft. Bett anklicken. Ich klicke schon. Ich klicke doch gleich. Meine Güte, Bett. Warum soll ich denn Bett anklicken? Um dir zu zeigen, dass es nicht geht. Fuck, ich wollte Kampf machen. Natürlich, nicht Gewissheit. Du bist bei 300 Softresets. Ja. Wenn du nicht eine Minute Ladescreen möchtest in BDSP, dann musst du Giratin ein Platin holen. Da geht das sehr, sehr schnell. Bett anklicken. Oh, es geht nicht. Wer hätte es gedacht? Es geht immer nur, wenn da so eine Schwester daneben steht. Kannst du nicht einfach Betten anklicken. Ich lege mich kurz schlafen und habe einen geruhsamen, erholsamen Schlaf neben drei Team Plasma-Bösewichten. Rishiram. Nice. Oh, sehr krumm. Jure? Nein. Wo bin ich? Hallo? Magma-Syra. Da wir den weitesten Weg gehen. Jetzt verstehe ich schon, dass du nicht extra Platin dir holst. Vor allem brauchst du dann auch noch Gen 5, um es zu übertragen und so. Aber ansonsten gibt es auch Giratina in Schwertschild. Too easy. In Kapo habe ich das Giratina nicht mal gefunden. Wo ist es überhaupt? Ich habe nur Zapdos zufällig gefunden. Und das war's. Vielleicht hattest du Giratina in Perl? Ja. Ja. Das war's. Entschuldigung. Von dem von dem? Töne. Was? Oder? 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 Wir werden heute noch Level 69, ey. Das gibt's noch nicht. Mein zweites Galagalli hat jetzt auch den Pokoros in Schild. Oh, hier ist ein Schalter. Okay, so. Müssen wir das also machen. Dann geh ich jetzt einfach nochmal alle ab. Da bin ich hergekommen. Du spielst einfach zu viel Gen 8, Marco. Deine Pokémon werden schon ganz krank. Ich hab das Gefühl, das Auto habe reich. Euch habe ich besiegt, oder? Dann war ich hier schon. Hä? Ist das das Gleiche? Ja. Oh, welche habe ich noch nicht? Bei Sabrina sind die Porter geschenkt, aber, ne? Kennst du nicht den Trick? Du musst einfach immer nur den Porter nehmen, der über oder unter dir ist. Dann kommst du zu Sabrina. Du musst gegen keinen einzigen Trainer kämpfen. Du rennst einfach die ganze Zeit nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und dann bist du bei Sabrina. Silph Scope ist schwer. Eva. 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 Dankeschön für fünf Subs. Danke. Ich möchte, dass dann Shiny verteilt wird. Eva möchte das. Dafür hat, glaube ich, Eva aber nie bei dem Giveaway mitgemacht. Oder? Danke. Ich mache da nie mit. Ciao. Eva will ihre eigenen Shinies. Okay, weil ich bin von da gekommen. Hm. Okay, hier. Macht Matisse eigentlich irgendwas? Für Ultramond. und Hardgold ausgeliehen kriegst du meinen Shiny Celebi, wenn du willst. Aber willst du es wirklich? Ein Celebi aus Go, das du nicht gefangen hast. Kannst Flampirix mit einer Herzschuppe Hammerarm beibringen? Sicher das? Ich habe die Kampfattacke noch nicht gecheckt. Gucke ich mal. Bevor wir bei den Top 4 sind, werde ich Flampirix ein paar Attacken beibringen. Donnerschlag. Hier ist ja auch nix. Hä? Hier war ich. Hier war ich auch. Quatsch, das ist doch nur Spaß. Willst du es nicht haben? Gibt es gar keinen Stunk. Eindrückende an Bord. Jetzt erst? Der Schalter ist es. Da unten. Und dann sind wir beim Schalter. Wetten. Aber hast du nicht? Du hast doch Shiny Celebi schon, Mariko. Warum willst du überhaupt noch eins? Mit einem komischen G. Mit einem komischen G. Du hast 19 Celebis of Home. Okay, dann kriegst du es nicht. Das ist ja dann keine Besonderheit mehr. Ich habe jetzt zwei Boxen voll mit Chinese Nose Raids. Und wann geht es weiter mit Temtem? Erst wenn sie Schnellreise einführen. Hier ist der vierte Schalter. Ey, als ob ich schon mal gespielt hätte. Ich habe es gerade schon mal gespielt. Soll ich gegen die noch kämpfen? Jetzt habe ich aber echt glaube ich gegen alle gekämpft hier. Müssen wir jetzt runter? Ne, wir gehen hoch da durch und da sollte ich jetzt durch können. Ich mein, irgendein fettes Kapitel mit Team Plasma musste ja kommen, die waren bisher immer nur einfach irgendwo auf dem Weg und das war's. Und jetzt haben wir hier das fette, ich hoffe mal, Finale von Team Plasma holen wir den DNA-Keil zurück, oder warum sind wir hier? Ach komm, ich meinst immer diese zwei Mal. In Go kann man jetzt 17 Tage doppelt so schnell leveln, weil du ja noch beste Freunde brauchst. Du meinst doppelt so schnell Freunde leveln? Muss ich dafür irgendwas machen? Oder ist einfach die nächsten Tage doppelte, doppelte was? Doppelte Herzen? Nur Geschenke öffnen? Passt schon. Ich gehe keine Geschenke öffnen. Da ist Q-Rem, ich habe es auch gesagt. Harar. Oh, wenn ich jetzt Kyurem fangen muss, in was fange ich das? Oh, ich will es nicht im Pokéball fangen. Oh, ich muss es aber im Pokéball fangen. Ich kann nicht Kyurem nicht im Pokéball fangen. Aber ist dann hier Kyurem? Nee, Kyurem kann man hier auch Shiny hunden. Das heißt, ich dachte, ich brauche Kyurem. Wegen dem DNA-Keil. Aber es kann ja nicht sein, dass man es hier Shiny hunden muss. Ist bestimmt in der Grotte oder so. Das muss ich später machen. Okay. Dann kann ich ja jetzt hier durch. Kumpel levelt schneller. Okay. Okay. Das war's für heute. Wie viele haben die? 20 Flammenblitz kann ich machen, ist schon nicht schlecht. Es war eine gute Entscheidung, Flammenblitz zu nehmen. Was ist denn nur weh? So ein Bosskampf. Der hat doch bestimmt einen Trank. Egal. Kein Trank. Das war's. Gifthorn ist egal. Das war's. Wir fehlen in Go nur noch 200.000 EP für Level 50. Bei mir kannst du damit nicht angeben. Ich find das eher traurig, dass du so viel dieses schreckliche Spiel spielst. Nein, Schmarrn. Krass. Level 50 ist... Ich bin Level 41 immer noch nicht, obwohl ich vor 2-3 Jahren Level 40 erreicht habe. Da sind die Ninjas. Warum bist du so overleveled? Ich spiel ganz normales Spiel durch. Ich frage es, warum seid ihr nicht überleveled, wenn ihr Pokémon spielt? Ich habe nie auch nur ein bisschen meinen Pokémon trainiert. Ich bin einfach nur durch die Story gerannt mit meinem Flambyrex. Du musst die Bosse machen. Irgendwann checkst du, wie die Bosse gehen und dann nimmst du immer die gleichen Pokémon und dann schaffst du die Bosse. Du musst nur mal ein bisschen gucken, welches deiner Pokémon am besten ist dagegen. Ich habe nur Flambyrex. Wenn du ein Pokémon-Spiel durchspielen möchtest, so schnell es geht, nimmst du deinen Starter und rennst durch. Wirklich. Jedem, jedem Pokémon-Spiel geht es. Scherum? Scherum? Okay. Hey, wieder ein weiterer Tag. Nur mit Flambyrex gekämpft. Acht Arenen geschafft. Nur mit Flambyrex. Moment, wo soll ich hin? Scherum, sag nochmal. Scherum. Riesengrotte. Okay, ja, da war ich. Da wurde mir der Weg verschwört. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir gehen Abidaya. Ja, ich habe tatsächlich, nachdem wir drüber geredet haben, Pokémon Go Lucario, habe ich in mein Team geguckt und ich habe sogar ein Lucario mit drei Sternen. Und habe dem dann Steigerungshieb und was das andere beigebracht und habe damit Giovanni besiegt. Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt auch so ein Lucario, von dem ihr immer schwärmt. Ich habe übrigens kein einziges Mal, doch. Aber ich habe lange nicht mehr gespeichert, seit der Arena. Florian, hast du ja auch alle Medaillen geholt. In Schwarz-Weiß 2 alles zu haben, ist sehr schwierig. Denn dieser eine Mensch hier gibt dir alle Medaillen. Hast du wirklich alle Medaillen in dem Spiel geholt? Wenn nicht, das kannst du noch machen. Okay, wir sind weit gekommen. Obwohl ich es mir ein bisschen zu schwer mache, hier und da. Aber es ging. Die Drachen-Arena war schwerer als die Wasser-Arena. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Diese Wasser-Arena, was war das? Aber wir haben nur ein einziges verstecktes Pokémon gefunden. Da müssen wir mal mehr grinden dann. Ja. Werden die Medaillen irgendwo angezeigt? Ja. Aber ich weiß nicht wo. Medaillenkoffer oder sowas? Ne, leider unmöglich, da manche auf Multiplayer basieren. Ist nicht unmöglich. Schau dir das Video von John Stone an. Er hat alle gemacht. Die, die Multiplayer sind, kannst du quasi in Person machen. Mit anderen Leuten. Du musst halt 50 Leute kennen. Ich glaube 50 ist Maximum. Ich glaube du musst 50 verschiedene Leute treffen. Aber das geht. Das muss nicht online sein. Aber es gibt anscheinend Medaillen, die wirklich nur online sind. Und die gehen nicht mehr, klar. Aber du könntest alle machen, die nicht online sind. Champ mit jedem Solo-Typ besiegen. Hatte ich echt keinen Bock. Oh krass, ja. Ich sage nur, du kannst noch, noch mehr Zeit reinstecken. Da geht noch was. Ich glaube Schwarz-Weiß 2 hat echt den meisten Content. Okay. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Keine YouTube-Streams mehr. Die können mich mal. Und wir sehen uns morgen wieder. Und ich grinde später ein paar Popo-Stücke. Ne, wobei, ich brauche keinen Donnerschlag. Ich muss nichts grinden. Donnerschlag war für die Wasser-Arena. Schlaf gut. In 8 Stunden dann. Ja. Mach ich. Danke. Und morgen machen wir Siegestraße und Top 4 wahrscheinlich. Mal gespannt, ob wir die Top 4 so einfach schaffen. Ich werde mir x Items erlauben. Aber kann sein, dass ich nicht mal welche brauche. Tschüss. Bis morgen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Bis bald.